das habe ich so meine lieben freunde hallöchen und herzlich willkommen so meine lieben freunde ich meine lieben freunde ich mich So, lasst die Leute erstmal reinkommen, dann schauen wir mal. So, lasst die Leute erstmal reinkommen, dann schauen wir mal. So, wir wollen heute Dark Souls weiterspielen und ich habe eine gute Nachricht, eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber wahrscheinlich mit dieser guten Nachricht können auch nur die Leute was anfangen, die, wie heißt es, mit denen ich gestern gespielt habe. Also die gestern auch da waren im Stream. Das bedeutet folgendermaßen, warum werden null Zuschauer angezeigt? Das kann doch nicht sein. Vielleicht sollte ich mich auch einfach mal als online anzeigen. Das kann natürlich auch am Counter liegen. Ne, ich bin online, okay. Okay, folgendermaßen und zwar die Diskussion, die wir gestern hatten, hat sich erledigt. Und zwar, ich habe ja gestern die Dark Souls Remastered Version angefangen. und habe dann noch einen Privatspielstand eröffnet. Gehen wir auch gleich mal rüber. Machen wir mal die Szene wechseln. Übergang. Jo. Ähm, kleine technische, ähm, Erneuerung. Oben links. Nein, das muss ich auch noch anschalten, ich Idiot. Hahaha. Schön, wenn man ein Script hat, aber es nicht zum Laufen bringt. So, jetzt. Klappt, super. Ähm. Oben links, Dead Counter. So, die wird im Offline-Modus gestartet, das ist super. Ähm, wir haben ja die Alleen gespielt. Und haben hier den Walner. Äh, den Sascha, Entschuldigung. Ähm. Der Sascha hat ein bisschen weiter gespielt, ist nicht ganz so ein hohes Level. Als die Alleen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ähm. Das Schöne ist, ähm, wie heißt's? Ich zeige euch das. Ich hatte da Ultra Glück gehabt, da habe ich mich auch gefreut wie ein kleiner Spatz. Ähm. Ich habe das Schwarzritterschild wieder. Dann habe ich die, äh, Schwert des Drachentöters. Also, das bedeutet, die drei dunklen Ritter, die ich besiegt hatte, waren sehr gütig und gnädig zu mir. Und die Schwarzritter helle Bade. Das ist ja genau das, was wir im Stream-Spielstand hatten. Was wir dann mit der Remastered-Version, ähm, eventuell aufgegeben haben. Wo ich gesagt habe, okay, ich spiele das einfach mal ein bisschen und gucke es mir dann an. So. Hat super funktioniert. Und dementsprechend würde ich sagen, ähm, nehme den als Team-Spielstand, weil wir da einfach super dabei sind. Äh, was habe ich hier schon mal gemacht? Ähm, damit ihr nicht permanent hier die ganze Zeit das Midgame rumeiert, habe ich, ähm, Dämon-Schmitterling besiegt. Das bedeutet, ich habe hier auch mit der Alvina schon, ähm, Dingsbums Frieden geschlossen. Sprich, ähm, der Wald hier ist sauber. Hier müssten wir eigentlich auch nicht mehr hin, außer Sidd, den Wolf, den müssten wir noch klatschen. Ähm, die Hydra unten habe ich geklatscht. Und jetzt müssten wir wirklich durch die Dingsbums, ähm, durch die Stadt in die unteren Untoten. Ansonsten habe ich hier auch alles wirklich wieder geupgradet, so hoch und so gut es ging. Ähm, ich muss aber Havel noch besiegen. Havel muss ich noch besiegen. Das ist klar. Ansonsten, warte mal, wie viel Stärke habe ich denn? 24. Die Schwarzritterhelle Badebrauch. 32, okay. Darf natürlich meine Konstitution nicht, ähm, wie heißt's, nicht vergeigen. Das bedeutet, ich müsste da schon, ja, Konstitution müsste ich drauf machen, dass meine Belastbarkeit steigert. Und ich brauche jetzt, genau, das Spiel ist jetzt die Remastered-Version. Ich habe mir erst einen Dark Souls Fix installiert. Ähm, der hat leider nicht so wirklich funktioniert. Ähm, trotz den richtigen Einstellungen in der Editor-Datei. Das hat alles nicht so richtig funktioniert, wie ich wollte. Ähm, dann habe ich... Bin ich gestorben? Achso, ja, meine Menschlichkeit habe ich verloren. Hohohohohoho. Ähm, dann habe ich... Wie heißt's? Und dann habe ich einfach die Remastered-Version geholt. Und dann musste mir das Game ja gestern von vorne starten, weil sich die Spielstände nicht übertragen ließen. Ähm, jetzt habe ich die Remastered-Version. Ähm, Vorteil ist natürlich, wie gesagt, 60 FPS, hübschere Farben, sieht alles wesentlich ein bisschen schöner aus und flüssiger. Das gefällt mir ganz gut, das macht das Agieren super. Problem natürlich ist, ähm, während ich mit der 30 FPS-Variante halt das Parieren geblockt habe, äh, geübt habe, ist das bei der 60 FPS-Variante noch ein bisschen... Hm? Ansonsten läuft das alles ganz gut. Ähm, wie gesagt, der Dark Souls-Fix hat jetzt nicht wirklich funktioniert. Äh, ansonsten... Jo. Ich will jetzt mal hier weiter. Dann habe ich ja noch den Zettel von dem letzten... Von dem Original. Dann gucke ich mal... Ob ich... Warte mal, da runter müsste ich... Ja, das hat jetzt ein bisschen wehgetan, war aber klar. Und sechs Heimkehr-Knochen. Das ist ein kleines Secret, muss man wissen. Oder einfach sich mal genau beobachten. Geborsten Augapfel, die sind nicht unwichtig. Gibt's hier noch sonst irgendwas? Nein. Das hier gibt's noch. Ähm... Lass mich mal ganz kurz jetzt was gucken. So, um weiterzukommen, brauche ich... Geborsten Augapfel, habe ich. So, dreimal Moos... Drei verschiedene Moosklumpen, habe ich. Menschlichkeit, habe ich. Hier habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Abfall... Okay, ich brauche viele Laupen. Okay, 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 zwei Sachen brauche ich noch. Okay. Na komm, du Lümmel. Ich will hier noch, noch gar nicht lang. Hier sind mir aber nämlich relativ wumpe, die Skelette. Weil ich hier noch nicht lang will. Könnte ich natürlich, aber egal. Ähm... Ein paar Sachen möchte ich noch holen. Wenn wir dann soweit sind, würde ich sagen, ähm, holen... Ja, ja... Da schläft jemand. Ähm, wir müssen die zweite Glocke erstmal aktivieren. So, okay, mit dem habe ich schon gesprochen. Ähm... Joa, wie gesagt, ihr könnt gerne mitzählen. Ich versuche den Dead Counter einzurichten. Ich habe mir gedacht, das ist ein ganz nettes Gimmick. Und dann habe ich erstmal selbst nach einem gesucht. Das hat nicht so ganz geklappt. Und dann habe ich gemerkt, dass da jemand jemanden geschrieben hat. Äh, einen Dead Counter geschrieben hat. Das Problem ist, der ließ sich nicht mit OBS verbinden. Und dann habe ich mir halt ein eigenes Skript geschrieben, was die beiden Dinger verbinden. Das bedeutet, das ist so ein Mix-Projekt. Bedeutet, der Dead Counter selbst ist fertig geschrieben. Aber die Verbindung zur OBS muss ich selbst machen. So, ich hätte nicht erwartet, dass ihr das schafft. Oh, jemand hat die Glocke geläutet. Moment, wart ihr das? Ihr gebt niemals auf. Ich weiß nicht, wie ihr das schafft. Hört jetzt nicht auf. Nur noch einer. Aber das wird mörderisch. Hahaha. Alles klar, wir wissen ja Bescheid. So, hier nochmal kurz rasten. Ähm... Ausrüstung reparieren. Okay. Ausrüstung verstärken. Dafür fehlen mir große Scherben. Okay, Drachenstein. Ähm... Ich würde ja gerne einfach hier die Schwarzritterhellebade komplett nehmen. Beim letzten Mal habe ich die ja so ein bisschen hin und her. Ähm... Geflunkert. Bei dem muss man aufpassen. Das ist so ein typischer... Bösewicht. Der... Den müssten wir normalerweise killen, weil der bringt die Feuerhüterin. Allerdings lasse ich das diesmal zu. Weil die hat nämlich auch eine ganz lustige Story. Ähm... Die kann nicht reden, weil ihr die Zunge rausgeschnitten wurde. Wenn er... Wenn er sie tötet, können wir sie später wiederbeleben. Ohne Probleme. Und dann kann sie nämlich widersprechen. Und den Hammer... Solange wir mit dem halt verbunden sind, hilft er uns bei... Ähm... Einfach bei Bossen. Das ist eigentlich ganz lustig. Von daher... Äh... Bei den Fürsten. Euer Gesicht. Hm... Die Zeit eurer Menschkeit läuft offenbar ab. Aber es gibt Mittel und Wege. Die meisten daran besitzen so viel Menschkeit. Okay, okay, okay. So, wer meint ihr, könnt ihr den größten Nutzen draus ziehen? Der sagt nämlich die ganze Zeit solche bösen Sachen. Muss man mal genau hinhören. Komm schon, sag deinen berühmten Satz. Also, er ist nicht wirklich vertrauenswürdig, der Kerl. Ähm... Ich bin mit dem Bezirk der Untoten noch nicht fertig. Warte mal, wie viele Pfeile habe ich denn? Auch nicht immer so viele. Das bedeutet, eigentlich müsste ich mal ein bisschen abfarmen. Ähm... Ich kann aber noch nicht viel machen. Achso, ich weiß, was ich machen möchte. Ähm... Ich würde mich gerne mit Hayden prügeln. Bei dem sein... Ähm... Wie heißt's? Sag Bescheid, wenn das Spiel zu laut ist. Bitte. Ähm... Weil eben sein Ring eigentlich super ist. Ja, ich benutze das Drakes-Word. Weil ich aktuell nichts Besseres tragen kann. Na komm! Ach, Mist, warum verkacke ich das? Ach, Kacke. Ich hab das so geil geübt, ey. Weißt du? Oh, du gibst mir auf den Sack, du Penner. Bäm! Bäm! Ich hab auch die Glut schon geholt. Ich hab auch die Glut schon geholt. Das bedeutet, wir könnten theoretisch auch schon zu dem Wolf. Allerdings will ich den Sohn nicht besiegen. Obwohl... Wartet mal, wartet mal. Unten ist dieser Ziegendämon, der auf uns wartet. Das würde eigentlich Sinn ergeben. Ähm... Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, ich mach's so. Ich geh nochmal zurück in den Wald. Ich mein, was tot ist, ist tot. Ja, von daher sollte man sich keine Gedanken machen. Was tot ist, ist tot. Ähm... Solange wir nicht an einem Lagerfeuer rasten. Das würde implementieren, dass ich... ...nochmal zurücklaufen kann. Zum Wald. Da gibt es nämlich ein paar Viecher. Die mir die Goldhearts droppen. Da könnte ich eigentlich so ein paar farmen. Das würde nämlich bei dem, ähm... Bei den Gegnern macht das nämlich riesen Damage. Hab ich eigentlich hier davon was? Ne, das hab ich nicht. Hab ich Vollidiot natürlich vergessen abzugrasen. Na gut, dann muss ich da nochmal hin. Dann ist das einfach so. So, ich hab den Ferrisbogen. Der ist natürlich stärker. So, ne Pfeil ist noch unterwegs. Wunderbar. Ähm, da gibt es ja so riesige Pilze, die sauschwer zu besiegen sind. Sag ich ganz ehrlich. Weil die ordentlich... ...Aua machen. Die One-hitten mich sogar fast. Von daher... Ähm... Ähm... Na gut, hier unten den einen mach ich noch. Fertig. Das Spiel hat... Das ist... Das ist... Ähm... Du kennst Dark Souls nicht, ne? Du kennst Dark Souls nicht. Ähm... Das Besondere an Dark Souls ist... Ähm... Dark Souls hat keinen Schwierigkeitsgrad. Das musst du bei Dark Souls wissen. Dark Souls sagt dir nicht, was du machen musst. Dark Souls sagt dir nicht... Ähm... Kann ich... Da kannst du nicht einstehen. Leicht oder schwer. Aktuell bin ich einfach nur im Startgebiet. Ähm... Dark Souls sagt dir eigentlich gar nichts. Du musst lernen. Das bedeutet... Ähm... Bevor ich jetzt hier in diesen Bezirken... Diese Bezirke kann ich jetzt eigentlich nur so einfach machen. Ähm... Aus folgendem Grund. Ich hab dieses Drachenschwert. Das kannst du durch ein... Ähm... Kleines Secret bekommen. Deswegen ist das so stark. Ähm... Das ist für die erste Hälfte des Spiels... OP. Overpowered. Das ist genauso, als würde man... Würde man deinem Charakter in Florencia... Einen... Ähm... Eine Level 105er Waffe geben. Du aber noch im Avery Dungeon unterwegs bist. Oh Mann! Das Problem allerdings ist halt... Egal wie gut du ausgerüstet bist... Mit einem kleinen Fehler kannst du einfach... Ähm... Von jedem Gegner gekillt werden. Egal wie gut du bist. Das bedeutet hier gibt es keinen Schwierigkeitsgrad. Und du verkackst, verkackst du. So, ich zeig dir das mal. Ähm... Normales Schwert, was wir hier so finden... Hat ein Stärkewert von 83. Morgenstern. Ähm... Der skaliert mit deinem Stärkewert... Attribut... Attributbonus Stärkewert. Ähm... Stufe C. Ähm... E ist das Schlechteste. Dann kommt D. Dann kommt C. Dann kommt B. Dann kommt A. Und das Beste ist Stufe S. Ähm... Hier natürlich das... Ähm... Das Schwert des Drachentöters. Natürlich overpowered. Das ist richtig gut. Allerdings, damit ich das einherst... Nicht führen kann. Und brauche ich einen Stärkewert von... 32. Die Schwarzritterhellebarde ist genauso. Die ist nur ein bisschen... Die skaliert nicht so gut wie das Schwert. Aber... Ist dafür vom Stärkewert her ziemlich gut. Von daher das Drachenschwert. Das kriegt man durch einen kleinen Bonus. Beziehungsweise durch einen kleinen Snow-How. Sprich, ähm... Ja, macht halt festen Wert. Weil es keinen Bonus hat. Sprich, am Anfang ist es halt mit 200 Damage... Wirklich overpowered. Weil du das halt sehr früh tragen kannst. Dafür allerdings... Ähm... Wie heißt's? Gibt es das Problem, dass es halt nicht skaliert. Das bedeutet, das ist extrem schwierig aufzuleveln. Es ist extrem schwierig... Ja... Ähm... Das... Das weiß ich, Zeldri. Grüß dich, Zeldrikon. Ähm... Interessanterweise ist... Hab ich gemerkt, dass ich ein... Ähm... Zuschauerverhalten habe. Was ich mir von anderen gerne wünsche. Was aber nicht so ist. Ähm... Du bist lachend, Zeldri. Ich hab deinen Stream bis zum Ende durchgeguckt. Ich hab dich zwar dann auf stumm geschaltet. Ähm... Irgendwann. Aber ich hab den Chat und deinen Stream hab ich bis zum Ende durchgeguckt. Weil ich nicht so einer bin, der kurz reinschaut und fertig. Ähm... Ich hab alles gehört, was so... Äh... Was geschrieben wurde. Äh... Alles gesehen, was geschrieben wurde. Also zumindestens, ähm... Ob du von jemand anders außerhalb von dem Chat... Ähm... Dingsbums bedroht wurdest, weiß ich nicht. Ah, okay. Ja, dann ist das halt so. So. Ähm... Ich würde gerne Havel besiegen. Das Problem ist, Havel ist wirklich noch ein One-Hitter. Der ist mies. Ich werde jetzt... Entweder schaffe ich's durch Skill. Oder ich verkack gerade. Ähm... Achtmal Flakor. Ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Ähm... Vor allem, was auch ganz lustig ist, ähm... Dieses Schwarzritterschild. Nein, nicht ablegen. Bist du des Warnsins? Ähm... Ist vom Angriff her ein Schild, was richtig, richtig gut ist. Hab ich gehört. Das bedeutet... Also, hab's mir dann auch mal bei Leuten angeguckt, die das Spiel wirklich... Die wirklich Profis in dem Spiel sind. Äh... Ich hab die erste Hälfte des Spiels kennengelernt. Auch als wir die Süße da mit diesem hässlichen Arschblatt besiegt haben. Ähm... Aber dafür hat er ein paar ordentliche Titten gehabt. Ähm... Muss ich sagen... Ja... Deswegen... Das Schwarzritterschild ist ein Schild, was man eigentlich... Das ist ein Endgame-Schild schon. Ja, das ist genauso, als würde ich... Ähm... Als würde ich dir ein Level-100er-Schild geben. Das Problem ist, die Schilder kannst du zwar upgraden hier, aber das kannst du so nicht machen. Naja, Zui... Ähm... Das Problem ist einfach, dass wir einfach keinen anderen... Ich kann halt keinen anderen... Ich kann schon andere Vergleiche nehmen, aber... Backstepping! Bäm! Normalerweise machst du ungefähr 50 Damage, wenn du das machst. Mit einem normalen Schild auf dem Level, den ich jetzt bin. Da muss man aufpassen. Wenn der... Der Dicke ist geil, der Havel ist ganz lustig, aber... Das Problem ist, wenn er dich trifft, dann trifft er dich. Man kann den auch blocken, also parieren, also parieren, aber das kannst du vergessen. Oha, jetzt muss ich aber... Backstab! Und jetzt siehst du ungefähr, wie stark das Schwert ist. Normalerweise machst du halt 30 bis 50 Damage bei dem, wenn du dich mit dem prügelst. Hier musst du einfach nur im richtigen Moment ausweichen. Und das Ding macht halt einfach 170. Du kannst das Drake-Sword auch upgraden, aber das macht nur einen festen Damage-Wert von... 50... Von 20... Wie gesagt, das deckt irgendwann nicht mehr das Schwert. Das ist für den Anfang ganz gut. Das war's aber auch schon. Ähm... Bei dem muss man halt aufpassen. Der ist ein One-Hit-Killer. Hast du immer noch. So, Havels Ring. Super. Erhöht die maximale Ausrüstungslast. Das ist ganz super. Ist eigentlich auch ein Ring, den man theoretisch bis zum Ende halten kann. So, ich hab eine Belastung. Rechts sieht man Status auf dem Stellen 24 von 76,5. Wenn ich den Wert unter einem Viertel halte... Wenn ich den Wert unter einem Viertel halte, bin ich beweglich. Wenn ich den Wert allerdings überschreite... Dann werde ich langsam. Ich zeig euch das mal. Was hab ich denn jetzt? Ähm... 38,5. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm... Aktuell ist es so, man sollte seinen Stärkewert mindestens... Das ist die Schwarzritterhelle Bade. Die ist super. Bin aber noch zu schwach. Ähm... Vom Wert her, weil ich... Ähm... Die noch nicht einhändig benutzen kann. Aber dafür zweihändig. Bei den Waffen ist es so... Ähm... Du brauchst einen Stärkewert von 32. Dann kannst du die einhändig benutzen. Das ist kein Problem. Du brauchst zwei Drittel des Stärkewerts. Dann kannst du sie mit zwei Händen super führen. Von daher benutze ich die immer ganz gerne und kann da immer so ein bisschen... Ähm... Aus... Wie heißt's? Umwechseln. Aber die muss ich dann im Zweiten... Ja, man merkt, ich bin schon wesentlich langsamer. Kacke! Oh, ich weiß warum. Ich weiß, warum ich so langsam bin. Och, ich Idiot! Ähm... Folgendermaßen. Und zwar... 38,5 mal 2 sind... Äh... Lass mich mal kurz... 79... 38 mal 2 sind 76... Plus 5 mal 2 sind... 77... Oh, 0,5. Traglast zu wenig. Deswegen bin ich auch so schwerfällig. Oh, kacke. Merkt man. Ähm... Jo. Zelti, du sagst schon aufleveln. Okay. Ähm... Das Aufleveln hier bringt eigentlich gar nichts. Also, bringt schon was, natürlich. Aber du steigst nicht einfach so traditionell auf, indem du sagst, ich sammle mir jetzt 2000 EXP und fertig. Sondern, ähm... Sondern, ähm... Dann aufpassen, was du dann machst. Bedeutet, ähm... Ja, es gehen viele Anwendungen dann nicht mehr. Ähm... Ähm... Ja, am Anfang ist das Drakesword eigentlich ganz gut, wenn man nichts Besseres hat. Darfst aber eine Sache nicht vergessen, äh, bei dem Drakesword, also bei dem geraden Drachenschwert. Ähm... Das gerade Drachenschwert wächst nicht mit. Das hat, wie du siehst, haben diese Dinger hier einen Skalierungswert unten links, Attributbonus. Ähm... Das hat nix. Das bedeutet, das macht immer 200 Schaden. Immer gleich. Und skaliert nicht mit deiner Stärke. Also, wenn du 20 Stärke hast, natürlich wird es seinen Schaden erweitern. Ein bisschen, aber, ähm... Ich habe letztens gelesen, dass sie das runtergesetzt haben. Du brauchst 50 Follower. Und, ähm... Soweit ich das gelesen habe, brauchst du ungefähr im Durchschnitt 3 bis 5 Zuschauer pro Stream. So, ähm... Hier muss man aufpassen. Da kriegt man auch das Drakesword her. Ähm... Der Drach One hätte dich relativ gut. Ähm... Hat er seinen Schwanz noch? Ja. Normalerweise rennst du hier durch, bis dahin. Dann kannst du unter der Brücke durchrennen. Und wenn du dieses... Diesen Schwanz von dem am Anfang abschießt... Die Gegner respawnen ja alle und, ähm... Regenerieren sich, wenn du am Lagerfeuer bist. Dann kriegst du dieses Drachenschwert. Ähm... Folgendermaßen, ähm... Ja, wie gesagt, das Drachenschwert hat einen festen Stärkewert. Das ist für den Anfang halt OP, aber dafür wächst das nicht. Und deswegen ist es schon... Der Schwanz wächst nach. Wenn ich ans Lagerfeuer gehe, wächst der Schwanz nach. Das ist das Problem. Das ist bei allen Bossen so. So, jetzt bin ich in die Unterwelt. Hier waren wir nämlich noch nicht. Also hier in diesem Spiel. Hier gibt's Hunde. Die mag ich überhaupt nicht. Aber ich bin eigentlich gut ausgerüstet aktuell. Ich mag die Hunde nicht. Aber dank dem... Dank dem Schwarzritterschild... Das ist einfach wie... Wie als würdest du mit Level... Äh... mit Level 10 schon das Level 100er Schwert tragen können. Ähm... Schild meine ich. Das ist einfach super. Einzige Nachteile im Schild ist... Es hat nicht so viel Magie. Ich zeige euch das gleich mal. Ähm... Hier. Die Werte. Schadensreduktion. Das Schild blockt 100% physischen Schaden. Ähm... Hat aber nur eine 25%ige Magieresistenz. Das bedeutet, wenn jemand mit 100 Magie angreift... Gehen 75% der Magie durch. Hat aber einen hohen Feuerresistenz... Äh... Resistenz und Blitzresistenz. So. Schadensreduktion bedeutet... Je nach Ausdauer... Ähm... Gibt's halt auf die Backen. Aber Magie nicht so. Warte mal. Kann ich da ein bisschen tricksen? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich will diesen Boss doch... Somebody! Please let me out of here! Somebody! Anybody! Help! Damn, ich bin fit. How do you? Brillant. Ihr habt mir die Tür geöffnet. Danke, ich bin gerettet. Ich dachte, ich würde niemals entkommen. Ich bin Griggs von Winheim, ein Magier der Schule. Ich bin euch für eure Hilfe dankbar. Dank euch kann ich meine Reise nun fortsetzen. Super. So, der hinterlässt was. Zauber... Zauberscheiße. Brauchen wir aber nicht. Der hat noch nicht so viel zu sagen. Den treffen wir gleich am Feuerbrandschein wieder. Hier gibt's sonst nix. Dann kann ich gerne natürlich... Ähm... Ja, genau das ist das Problem. Solches ist... So. Man kann sich gerne natürlich hier runter begeben und sich mit diesen Äumeln kloppen. Die haben Fackel in der Hand. Die machen ich nämlich platt. Bin ich nämlich auch schon gestorben. Das ist ärgerlich. Ich mag das nicht. Und deswegen mach ich die einfach mit meinem Bogen. Die geben zwar kaum Seelen, die man unten links sieht. Das bedeutet, die abzufarmen macht keinen Sinn. Weil die Pfeile selbst kosten 50 Seelen. Was ich ein cooles Konzept finde. Hier musst du dir echt zweimal überlegen, was du machst. Weil unten rechts sammelst du Seelen. Damit kannst du an deinem Feuer natürlich dann, ähm... Aufsteigen und so weiter und so fort. Aber... Das ist auch Zahlungsmittel. Das bedeutet, du hast nur einen Wert. Du kannst nicht Geld farben und EXP sammeln. Sondern du sammelst nur eine Sache. Ne, hier geht's nicht weiter. Das war einfach nur... Egal, was tot ist, ist tot. Ähm... Von daher ist es ein bisschen... Interessant. So, äh... Hier komm ich nicht durch. Habe ich schon tausendmal probiert. Das Ganze vergessen. Kann ich? Ne, kann ich nicht. Okay. Hier muss man aufpassen. Hier gibt's... Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ihr Lümmel. Bei dem musst du aufpassen. Die machen nämlich auch so einen Special Move. Boah. Ihr Ratten. Das Lustige ist... Ich bin halt mit Level... Das Level hier ist eigentlich relativ uninteressant. Weil... Ich bin nämlich auch schon mal mit einem hohen Level vorangegangen. Hatte total diesen Hinterhalt vergessen. Und da hat mich einer von denen mit einer Dingsbums-Kombo einfach kaputt gemacht. Das ist schon lustig. Ähm... Beziehungsweise ist auch schon ein bisschen traurig. Gehst hin, prügelt sich mit einem riesigen Gegner. Den besiegst. Du hast voll hier den... Hast voll die Latte in der Hose. Und dann... Ähm... Kommt einfach so ein... Anfangsgegner. So ein kleiner Anfangsgegner. Der vielleicht 20 oder 30 Seelen gibt. Und du denkst. Ja, den sollte ich doch eigentlich locker klatschen. Kommt dann einfach an. Und macht mit seiner Kombi. Zieht dir 80% Leben ab. Du stirbst. Und dann kommst du dir echt verarscht vor. Warte mal. Da war was. Nee, hier noch nicht. Hier gibt's nämlich auch noch einen Hinterhalt. Aber... Hier gibt's auch einen Hund. Scheiß Mücke. So, ähm... Ha! Ja, ich war schon im Wald. Normalerweise kommst du hier zuerst hin. Du machst den Wald später. Und deswegen hab... Hab ich hier einfach schon einen richtig guten, ähm... Ja, mit zwei Hand... Machst du wesentlich mehr Damage. Bist aber auch langsamer. Kannst halt auch nicht blocken. Nimm ich nochmal ein Schlückchen. Hüllendieb. Ja, ist eigentlich... Pfff. Oh! Du Rattenhund. Du dreckiger... Große Seele. Oh, super. Ich hab jetzt wieder 7000 Seelen. Möchte ich zum nächsten Boss? Diebesmaske, Schwarzlederrüstung. Ist eigentlich ganz cool. Die Schwarzleder ist, glaube ich, von den Werten her mit der Lederrüstung gleich. Ich dachte erst, die wäre was Besonderes. Aber das ist die Standardausrüstung für Diebe. Von daher, du spielst hier keine Klasse. Du kannst hier am Anfang zwar eine Klasse aussuchen. Wir sind zwar Jäger, aber du kannst dich trotzdem noch umentscheiden. Das ist ganz cool hier. So, man kann entweder mit einem Trick und mit Brandbomben da irgendwie ran. Die Frage ist... Nee, 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 nee getan. Der Ziegendämon ist richtig, richtig stark. Was interessant ist, wenn du dich genau umguckst und alles mitnimmst, wie du kannst, dann kannst du... Die Gebiete sind alle miteinander verknüpft, soweit ich das weiß. Und da kannst du dann so Shortcuts sozusagen setzen. Sprich, ich gehe jetzt hier hoch Ja, 24 Seelen, das ist fast gar nichts, da brauchst du nicht zu farmen. Wie hoch geht's nicht? Dann gehst du hier hin. Hier links ist ein Händler. Will ich aufsteigen? Nee, ich will auch nicht mit so viel Seelen zum Gegner. Gegenstand kaufen. Okay, das hat er. Davon kaufe ich mir mal 5 und dann kaufe ich mir nochmal... Oh, Giftpfeile, Brandpfeile. Macht das Sinn, Giften und Brandpfeile zu kaufen? Ich kaufe mal ein paar Brandpfeile, ich kaufe mal ein paar Giftpfeile. Davon kann ich nur 12 kaufen, jetzt bin ich wieder blank. Aber ich möchte hier trotzdem noch gerne was... Wie heißt's? Etwas abgrasen, bevor ich mich mit dem großen, dicken Dämon anlege. Das können wir nämlich nur von dieser Seite öffnen. Und nicht von der anderen Seite. Ist das viel noch am Leben? Ja, warum bist du noch am Leben? Du warst doch tot. Das kann eigentlich nicht sein. Das bedeutet, dass du auch am Leben bist. Bei diesen Schwertern finde ich es ein bisschen schwierig, wenn du nämlich... Oh, du Ratte! Du Lappenlurch! Das ist lustig. Ich bin nämlich einmal gestorben, weil der... Ich hab vergessen, dass da noch einer steht, weil ich ja schon Ewigkeit nicht mehr gewesen bin. Wurde hier runtergeschubst, dann bin ich gestorben. Und bin ganz weit weg gespawnt und wieder gestorben und dann war mein ganzes Gut verloren. Deswegen laufe ich sehr ungern mit relativ vielen Seelen rum. Die Items verlierst du nicht, aber deine Seelen. Und ohne Seelen natürlich auch kein Aufstieg. Will ich den Flakon... nochmal verbessern? Nö, eigentlich nicht. So, du bist jetzt hier. Schön, dass du es hierher geschafft hast. Oh, hallo! Bedauerlich, dass wir einander unter solch widrigen Umständen begegnen. Wenigstens haben wir jetzt beide unbeschädigt geschafft. Ja, da hast du recht. Was wollte ich dann? Genau, ich wollte nochmal in den Wald. So, jetzt haben die Leute wieder abgeschaltet. Ist ein bisschen schade. So, den kannst du auch noch freischalten, wenn du schon in der Kirche gewesen bist. Ähm... Ist jetzt die Frage, kann ich das auf das Drax-Word anwenden? Auf die helle Bade klappt es nicht, das weiß ich. Kannst dir nämlich Goldharz erfarmen. Das Goldharz gibt deiner Waffe die Zauberei Elektrizität. Und das ist gegen die meisten Bosse sehr effektiv. Das bedeutet, du gehst da einfach hin und machst doppelten Schaden. Das ist bei Bossen, wo du keine Phantome beschwören kannst, eigentlich praktisch. Obwohl, ich glaube, ich bin bei dem Ziegendämon mit diesen zwei Hunden. Ich weiß nicht, ob das in der Remastered-Version auch so ist, weil gefühlt ist es so, dass ich glaube, dass die Hunde bei dem Ziegendämon nicht als Bossbeilage gedacht waren. Weil wenn du nämlich dem Ziegendämon, also die Bosse und die Zwischenbosse, das sind die, die nicht mehr auftauchen. Ähm... Von daher glaube ich, dass du die... äh... dass die Hunde eigentlich spawnen sollten, nachdem der Ziegendämon besiegt wurde. Aber da ich das nicht weiß, will ich lieber aufpassen. Ähm... Bei jedem normalen Lagerfeuer ist es so, dass du... dass der Flakon sich auf fünf Ladungen auflädt. Außer allerdings bei... ähm... Wie heißt es? Bei... Entweder entfachten Feiern, das kannst du mit Menschlichkeit machen, wenn du Mensch bist und wenn du Menschlichkeit besitzt, ist oben links der 0-0-Wert. Oder aber, wenn du... am Feuerband schreien bist. Ja, ja. Bei dem musst du aufpassen. Die haben ja auch schon viel zu viel unnötige Leben gekostet. Weil... die haben nämlich so einen richtig special Move, der ist so richtig widerlich. Ja. Ja. Da brauchen die lange zum Laden. Allerdings kann es passieren, dass sie dich dann angreifen und beißen. Hi. Grüß dich. Walking for Nudels. Na komm. Wut, 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 wut. Ähm. Da habe ich so einen special Move. Damit können die dich one-hitten. Das ist so mies. Da greifen die dich an. Und dann lassen die dich erst los, wenn du tot bist. Ja, und dann ist es natürlich scheiße, wenn du hier so fett mit einem Schwarzritterschild und einer Schwarzritterhellebade und einer fetten Rüstung da rumeierst. Und dann kommen die an und, ähm, beißen halt zu. Kann doch sein, dass der Counter ein bisschen spinnt, ne. Ihr seht ja, was ich sehe. Ähm, zwei, beziehungsweise drei Zuschauer. Mit der Almina bin ich dem Bund schon eingegangen. Das bedeutet, die Gegner lassen mich in Ruhe. Hier die Leute. Kann ich mit denen sprechen? Nein, ne. Hallo. Entschuldigung, hast du dich eben tausendmal getötet, hab, um Seelen zu farben, aber du gibst einfach super Seelen. Die gingen mir so auf den Sack. Obwohl, die gingen ja noch einigermaßen, aber der, der Typ war mies. Er hat uns auch viel zu sagen, nämlich gar nichts. Jo, das sind die fünf Geister, die wir besiegt haben. Äh, ah, ist er euch aufgefallen? Adelaugen, er gehört zum Clan aus dem Osten wie ich. Schleicht stets im Schatten, aber ist C, werdet schon sehen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel ich bei den Farben will. Eigentlich will ich die nur einmal klatschen. Dafür brauche ich aber die Barde, weil die nämlich einfach eine höhere Reichweite hat. so 32,5 Ausrüst, Auslast, weil ich die Barde gegen das Drakesword ausgetauscht habe. Von daher läuft das ganz gut. Man kann sich gerne einen Spaß erlauben und die kleinen Pilze hier abklatschen. Das bringt aber nichts, weil die sich kaum nicht wehren, die machen nichts und die geben auch kaum Seelen. Du musst aber aufpassen, die sind mies. die, also wenn die mir eine ungeblockt verpassen, bist du One-Hit. Gerade so ein Schlag. Die droppen aber etwas, was ich brauche. Deswegen nehme ich die Schwarzritterhelle Barde, weil zwei Goldharz! Wunderbar! Vor allem muss ich an diese Truhe, die bewachen diese Truhe hier. Da kommen wir nämlich gleich zu den Wölfchen. Den will ich aber noch nicht besiegen. Liegt einfach daran, dass ich die Barde noch nicht... Hier musst du einfach lernen, wie du mit denen umgehst. Einfach genügend Abstand halten. Das Goldharz will ich nämlich von denen haben. blaue Glut, die brauchen wir. So, die kann ich nicht einhändig tragen. Habe ich hier die Katzen schon besiegt? Das sind auch so Zwischengegner. Die geben Wutseelen, die sind auch tot, wenn sie tot sind. Es ist halt nur die Frage, ob ich die schon besiegt habe. Hier hinten kann man sich gerne Spaß machen. Wir könnten jetzt theoretisch schon zu dem Boss, aber ich sage ganz ehrlich, besser nicht. Kurzer Funfact, wenn man da unten die Hydra besiegt und weitergeht, kann man einen goldenen Golem klatschen. Ich glaube, der hilft einem dann auch. Den kann man dann als Mensch beschwören. Wenn man den goldenen Golem besiegt hat, befreit das nämlich so eine komische Dame. Die kann man dann bei der Hydra beschwören. Ist natürlich doof, dass ich nämlich die Hydra schon besiegt habe. Nein, die Katzen! Da sind sie, da sind sie. Die will ich eigentlich noch nicht besiegen. Aber doch, doch, die will ich besiegen. Hier gibt es nämlich einen Trick. Gibt es nämlich einen Trick. Hahaha. Die kommen nämlich nicht hier durch, durch die Bäume. Von daher, auch tausendmal gestorben an den Viechern, bevor ich gemerkt habe, wie man sie richtig macht. Hier hin. Na komm. Wenn ihr hier hingeht, kommen sie an. Ausweichen, nehmen, anvisieren und draufhauen. So, die geben 2000 Seelen, das ist ganz gut. Die sind dann auch tot, wenn sie tot sind. Komm, mits, mits. Wow. 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 Das Problem ist, wenn ich sterbe, ist alles, was ich bis jetzt gekillt habe, wieder da. Deswegen will ich bei den Katzen eigentlich nicht sterben. Bin nämlich eigentlich ganz froh, dass ich hier das gesamte... Boah, du Ratte, du Sau. Ich hab's gewusst. Niemals ohne Schild. Kacke. Kacke. Da will ich natürlich jetzt auch wieder hin. Das ist klar. Oh, jetzt ist alles wieder am Leben da unten. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Oh, scheiße. Na gut, geh ich direkt hin, hol mir meine Sachen wieder, mach die letzte Katze noch platt und da kann ich eigentlich noch mal ähm... Ja, unser erster Tod. Kann ich eigentlich noch mal ähm... Wie heißt's? Noch mal ein bisschen Goldharz holen. Das ist nämlich das, was ich haben will. Kann ich nur auf die Hellebarde nicht übertragen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das bedeutet, das hilft mir nur am Anfang, wenn ich mit dem Drakeswater rumeier, aber gegen den Ziegendämon will ich ohne Schild da nicht rumeiern. Natürlich muss ich hier mitnehmen, was ich kann. So, falls du mir in den Rücken fällst... Ich nehme mir natürlich auch die ganzen Shortcuts dann, also ich versuche da so schnell wie möglich durchzulaufen. Äh... Jo, was es bringt, die Katzen zu besiegen, weiß ich nicht. Aber ich habe da so viele Seelen jetzt gesammelt und verloren, dass ich eigentlich den Kram da nicht liegen lassen will. Das bedeutet, für die, die es nicht wissen, wenn du stirbst, hinterlässt du so einen grünen Fleck. Da liegen deine Sachen, die du hast. Ähm... Das Problem allerdings ist... Warte mal, habe ich mit dem Zwiebel schon gesprochen? Hier gibt es nämlich einen Ritter, der ist eigentlich ganz lustig, weil der sich immer in irgendwelche prekären Lagen verbringt. Ähm... In prekäre Lagen bringt. Du kannst es mal besiegen, gibt auch einen netten Ring, aber so OP und mächtig ist der Ring nicht. Dafür ist er ein total lieber Kerl. Oh, verzeiht, ich war an Gedanken versunken. Ich bin Sigmeier von Katharina. Ehrlich gesagt, ich stehe hilflos vor einer Wand. Oder eher einem Tor. Das Tor bewegt sich kein Stück. Egal wie lange ich warte und wie, oh, und wie ich schon wartete. Also sitze ich in der Klemme und wege meine Optionen ab, sozusagen. Der hält so viel aus, der hat eine so krasse Rüstung. Wegen der Rüstung, weil die aussieht wie eine Zwiebel, wird er immer ganz gerne Zwiebel genannt. Ist immer noch verschlossen. Bist du klaus? Das ist ein ganz lustiger Kerl. Ist noch ein bisschen trottelig. Hier so der trottelige Dicke von nebenan. Das ist ein ganz süßer. So, ähm, ich will auf jeden Fall nochmal zurück. Die zwei Dicken mache ich nochmal, weil die einfach dieses Goldharz droppen. Ach ne, ich muss auch runter zum Schmied. Still close. Hm, hm. Ja, ja, wir machen ja das Tor auf. Der begegnet uns immer wieder. Ist eigentlich lustig, weil, ähm, soweit ich weiß, begegnet er uns an verschiedenen Stellen im Spiel und er kommt immer an und steht immer vor einem verschlossenen Tor und weiß nicht, wo er langlaufen muss. Von daher ist es immer ganz lustig. Ähm, jo, ich würde sagen, ach so, ja, Entschuldigung, Walking for Noodles, ähm, hab ich jetzt ganz vergessen. Ähm, mir geht's soweit ganz gut. Ich hab vielleicht heute ein bisschen zu lange geschlafen, aber dafür hab ich auch gestern zu lange Dark Souls Remastered gespielt, bis ich diesen Spielstand entdeckt hab, hab gesagt, komm, jetzt wird jetzt unser Stream, das wird jetzt unser Stream-Spielstand. Darauf hatte ich schon Bock. Ähm, von daher war's eigentlich ganz super. Falls du noch da bist, das ist ja leider oft so, dass die Zuschauer halt abhauen, wenn man nicht sofort mit ihnen interagiert. Finde ich ein bisschen schade, weil man sich nicht auf alles konzentrieren kann. So, ich will noch was gucken. Ich hab nämlich hier das Steingroh-Schild bekommen. Das ist ein richtig gutes Schild. Gibt wesentlich mehr Damage-Block als das Schwarzritterschild. Das Problem allerdings ist, es hat ein Gewicht von 20. Das ist ärgerlich. Wie gesagt, in dem normalen Spiel in dem Original, nicht dem Remastered, hab ich mal mir einen Spaß erlaubt und hab den Dicken da den Zwiebel gekillt. Und ein Kumpel meint so, ach nee, ich fang von vorne an. Der ist lieb. Der ist nett. Und das ist halt so ein Typ, wenn der das schon sagt, dann muss das stimmen. Von daher, warte mal, ich könnte eigentlich das Mikrofon mal ein bisschen näher stellen. Da muss ich nicht so schreien. Warum hat der jetzt zweimal zuge... Oh, zum Glück hat er auf die Mauer gehauen. Bin nämlich in Bund mit denen eingegangen. Das sind jetzt sozusagen meine Freunde. Und wenn ich einen von denen angreife, dann ist aber Schicht im Schacht. Dann gibt's Ärger. Guckt's euch an, Leute. Guckt's euch an. Das ist ein Prügel. Das nenne ich mal ein Zweihandschwert. So, die helle Barde. Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die helle Barde ist stärker und die sieht auch ganz cool aus. Nachteil ist natürlich, dass ich, ähm... Die sind eigentlich ganz goldig, wenn du die angreifst. Die halten schon ordentlich aus. Ich hab mir auch mal gedacht, komm, killst du mal ein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es bringt halt nix. Ich zeig euch das mal. Ich probier's mal mit dem Drachenschwert. Dicker, du liegst hier gerade leicht im Weg. Hier musst du nämlich auch gut aufpassen. Ein schwerer Schlag. Ja, 140. Da siehst du schon gleich. Ich muss da viel zu nah ran. Und du siehst, wie die aushalten. Also es ist wirklich so, ähm... Die Schwarzrittersachen, die sind selten. Die droppen recht selten. Aber, wenn du sie hast, hast du sie. Und die sind auch meistens in der Regel so, dass die dich das gesamte Game begleiten. Das bedeutet, das sind keine 0815 Waffen. Das ist halt schon wirklich Endgame. Es gibt auch Leute, die mit den Waffen, die ich jetzt besitze, nichts mehr machen. Und diese, ähm... Ja, sozusagen dauerhaft tragen. So. Hier kann man seine Sachen wiederholen. Super. Jetzt hab ich wieder meine Seelen. Na komm, Mietze Katze. Ich weiß, dass hier noch eine rumeiert. Muss ich erst triggern? Hallo. Ich hab dich getriggert. Komm, Mietze Katze. Gut. Ich hab genug Pfeile. Das soll mir egal sein. Kann ich auch so machen, wenn du willst. Ich hab einen Ferris-Bogen. Der ist, der ist ein bisschen schwächer als der Langbogen. Hat aber dafür höhere Reichweite. Oh, du Ratte. So, die ist jetzt unten. Das ist ganz gut. Denk dran, Sascha, niemals. Ohne Schild. Das bringt gar nichts. Alter, zwei. Oh, du Ratte. Das Interessante ist, wenn ich mit einem, wenn ich damit einhändig zuschlage, bringt das gar nichts. Da stoße ich mich selbst nur zurück. Das sieht man, wenn ein Charakter echt Probleme hat. Also, es ist nicht so, dass du ein bestimmtes Level erreichen musst, um diese Sachen zu tragen, sondern du lernst einfach, ähm, an den Werten deines Charakters weißt du, was du tragen musst. Und jede Aufwertung ist halt ein Level Up. Das bedeutet, wir sind hier aktuell Level 20. Und wenn ich jetzt stärker auf 25 mache, sind wir Level 25. So, ähm, ich habe am Feuerbrandschein ist halt die Frage, ob ich den Ziegendämon mit dieser Waffe besiegen will, oder ich nehme das Drake Sword. Ist immer so ein bisschen schwierig, abzuwägen. Mit dem Drake Sword bin ich natürlich agiler. Das bedeutet, ich kann ohne Probleme auch mal blocken. Das macht bei dem vielleicht gar nicht mal so unwenig, so wenig, ähm, ist gar nicht mal so unklug. Auf der anderen Seite die Schwarzritterhellebarde macht natürlich massiv Damage, aber ich habe da auch beim Ziegendämon ist es ein bisschen schwierig. Weil der auch ein sehr agiler Champion ist, ähm, Boss. Na gut, na gut. Mal gucken, ob wir heute die Feuerwitch schaffen. Ja, zählt er mir noch da, oder ist der weg? ist weg. Wie viele Zuschauer, äh, hier Kai, Relog mal und guck mal, wie viele Zuschauer es sind, weil aktuell sind es nur zwei. Das würde mich halt wundern, wenn der Raffi abgeschaltet hat. Ähm, und der andere, der gegrüßt hat, auch abgeschaltet hat. Das wäre natürlich schade. Das wäre natürlich wirklich schade. Weil dann bis nämlich, wenn der Counter nämlich mit zwei Zuschauern stimmt, dann, ähm, also laut Anzeige 2, das bedeutet, wenn der Zelldreh noch da ist, dann du und er. Oh. Finde ich ein bisschen schade. Finde ich wirklich ein bisschen schade. Ähm, wie viele Pfeile habe ich denn? 62. Weißt du was? Ich nehme die 11.000 Seelen. Leichter wird es nicht, aber ich fürchte, ihr müsst euch einen anderen suchen. Was? Die meisten Waffen und Rüstungen sind wahrlich sehr stabil, doch einmal wird jedes Stück Metall brechen. Wenn ihr bemerkt, dass hier robust sind, äh, okay, 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 alles klar. Rüstung verstärken. Nein. Ich könnte die Waffe verstärken, genau. Großschwein, nein, ich will die Hellebarde steigern. Ähm, hier, Funkelstein-Titanit habe ich vier Stück. Ähm, Schwarzritterschild könnte ich natürlich upgraden, kostet 2000 zählen. Ich nehme aber mal die Schwarzritter-Hellebarde, weil die Schilder sollen nicht so viel bringen. So, 3, 318. Das macht jetzt ordentlich, das macht jetzt ordentlich Damage. Ähm, will ich das? Ja, komm, aufsteigen. Äh, Konstitution muss ich auf jeden Fall ein bisschen machen. Ich brauche 2800 Seelen. Das bedeutet, ich kann auf Stufe 21 aufsteigen. Ich muss aber auch Stärke machen. Oder ich mache die Stärke zuerst, bis ich die Schwarzritter-Hellebarde. Ja, die Anzeige muss ich auch erstmal wieder re... muss ja auch erstmal seine Sachen wieder sammeln. So, Konstitution, äh, Kondition ist eigentlich ganz gut, weil das nämlich der grüne Balken ist und du verbrauchst Kondition auch mit jedem Dingsbums. Warum ein Flakon jetzt 10 Stufen hat, 10 Verlungen liegt daran, dass ich das Feuer beim Schmied mal entfacht habe. und von daher, ähm, wenn du das Feuer entfacht, wird das nur, wird es sozusagen, du bietest Menschlichkeit an, was du nicht so häufig kriegst, ist aber trotzdem verbrauchsgut. Ähm, dann wird das Feuer geheiligt und dann kriegst du halt diese Ladungen. so, ähm, wir machen das so. Ich biete einmal eine Doppelmenschlichkeit an. Jetzt habe ich zwei. Aushöhlung umkehren. Jetzt sehe ich nicht mehr aus wie Bacon, sondern bin jetzt hübsch. Und wunderbar. Super. Ähm, ansonsten kann ich hier nicht viel machen. Die ist noch am Leben. Ich glaube, wenn ich die zweite Glocke läute, bringt er die um. Wo habe ich den Shotcut gesetzt? Da. Okay, ich muss jetzt in die untoten Höhlen rein. Will den Ziegendämon klatschen. Jo. 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 Erstmal den da oben. Jo. Mit der Helle Bade auf plus vier wäre natürlich echt ja, ein Pappenstil. Plus drei. Dann könnte ich den Ziegendämon wahrscheinlich sogar relativ easy klatschen. Das Problem allerdings ist, ah, das kriegen wir auch so hin. Der Deadcounter wird jetzt gleich was zu tun kriegen. Die restlichen Seelen benutze ich einfach, um beim Händler da hinten ein bisschen noch ein paar Pfeile zu kaufen. Die Großpfeile, von denen habe ich nicht mehr so viele und die benutze ich doch recht häufig. ein Pfeile kostet 50 Seelen. Ja, wie gesagt, das gefällt mir eigentlich persönlich ganz gut, weil du hier echt gut Management brauchst. Ist der weiblich? Der Händler ist irgendwie, der hat nämlich jetzt, obwohl, der hat die Dings Markierung, dehnt auch zur Höhenanmessung. Prismastein, Heimkehrknochen ist eigentlich ganz gut. So, kann ich jetzt hier ein Phantom beschwören? Macht das Sinn? Wenn du nämlich menschlich bist, kommen nämlich hier so Teile hoch. So Beschwörungsformeln, kurz vor Bossen. Kopf Treffer macht mehr Damage. Habst du gesehen? So, allerdings sind die Hunde wieder da, die machen nach einer Weile machen die Dingsbums. Nach einer Weile machen die gut Damage, machen nämlich Blutungsschaden. Kann ich hier durchschießen? Ha, 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 ha. Okay, kann ich hier ein Phantom beschwören? Hallo, ich bin Mensch, würde gerne ein Phantom beschwören. Warum geht das nicht? Ist das gemein. So, ähm, die Dinger habe ich ja nicht umsonst gefarmt. Das kann ich nicht aufs Drakes Wort auswählen? Oh, das ist ja mies. Das ist ja mies. So, jetzt geht's rund. Hier muss man echt aufpassen. Diese Scheiße! Oh, diese Mist-Sau! Gut, dann hat sich der Käse auch gegessen. Ach, Mann! Aber warum kann ich da kein Phantom beschwören? Ist doch doof! Da habe ich meine Menschlichkeit geopfert, das ja... du da oben geh mich auf den Sack! Na, mit dem Fallen ist ein bisschen tricky, muss man sich, muss man sich einfach dran gewöhnen, weil wenn ihr nämlich schon... wenn die sich nämlich bewegen, dann verändert sich auch die Hitbox. Das ist schon cool. Auf der einen Seite. Oh, das ärgert mich, dass ich da nichts beschwören kann. Ja, dann bringt es auch nichts. Kacke. Die zwei Hunde gefallen mir da halt nicht. Dass sie das in Remarced-Version nicht gefixt haben, weiß ich, weil ich glaube nämlich, die Hunde sollten da nicht antanzen. Ja, blocken bei dem Dämon ist halt, du kannst einen Schlag blocken, dann bist am Arsch. Dann ist nämlich die Ausdauer komplett hinüber. Warte mal, habe ich nicht noch irgendwo einen Ring? Ähm, Balance, Verteidigung, wenn Trefferpunkte gering sind, bringt gar nichts. Das ist doch scheiße, Mann, das ist scheiße. Doch, das ärgert mich. Ich will mal ausprobieren. gut, die Hunde haben mich besiegt, aber dafür habe ich den Dämon geklatscht. 6.000 Seelen, okay, das ist okay. Diese Hunde, die gehören da einfach nicht hin. Entschuldigung, aber so ist es einfach. Also wenn du mich fragst, gehören die Hunde da echt nicht hin, weil einfach, ähm, obwohl der Steingroßschwert auch ganz, der Steingroßschwert ist auch ganz okay, aber, ne, weil die Hunde halt auch noch, normalerweise ist es so, der Boss und seine Eds, die Viecher, die den halt in der Regel begleiten, wenn der Boss tot ist, kommen die nicht wieder. Das ist hier aber nicht der Fall. Deswegen ist halt die Frage, ob die Hunde da überhaupt reingehören, oder ob die eigentlich nach dem Boss spawnen sollten, dass das Dingsbums nicht ganz so leer ist. Von daher kann ich echt nichts, kann ich dazu nichts sagen. Ach, es wäre schön, wenn man mal irgendwann die Items verkaufen könnte. Dann hat man nicht so viel Schrott im Inventar. Kann ich zwar am Lagerfeuer ablegen, aber ob ich darauf Lust habe. Ich meine, sie machen ja nichts, nur im Inventar oder nicht, ist eigentlich relativ rumpe. Jetzt hole ich erstmal meine ganzen Seelen wieder. Ist natürlich ärgerlich um die eine Menschlichkeit und die Seelen, die davor abgehauen sind, aber das war mir wichtig. Die Hunde sind einfach viel zu nervig dafür, finde ich. so, jetzt habe ich es gesagt. So, statt der Untoten. Also langsam kriege ich Hunger. Backslap! Schluck das, Penner! So, ähm... Ihr kennt die Taktik, weil die sind nämlich echt nervig auf Dauer. Können nämlich auch parieren und so einen Scheiß. Dann springen die hinter mich, schlitzen mir die Kehle auf und einfach mal 60% meines Lebens sind weg. und das möchte ich natürlich vermeiden. Oh, haben die mich da unten schon gesehen? Guck, das meine ich. Ja. So, wenn die Anzeige ganz voll ist, kommt der Effekt und dann haben wir ein Problem. Man kann sich natürlich auch hier unten verstecken, da ist man vor dem Ziegen-Dämmung so ein bisschen safe, aber... Geht das auf? Nein, okay. Manche probieren es auch irgendwie hier, aber... Kann man da hoch? Gibt's da irgendwas? Nein, da gibt's nix, okay. Na gut. Bin ich wirklich nur zweimal gestorben? Ich meine, beim Ziegen-Dämmung bin ich drei... Ah ja, den letzten habe ich nicht gezählt. Gut. Achso, die sind ja wieder da. Da muss ich aber durch. Das ist das Problem. So. Da muss man ein bisschen aufpassen. Einfach ein bisschen vorsichtig und dann ist man hier eigentlich... Dann läuft das hier eigentlich. Okay. Okay. Ich mag diese Hunde halt nicht. Spreche von diesen Hunden. Die sind einfach unnatürlich schnell. Kommt's hier an. Äh, nee, warte mal. Warte mal, da musst du doch gar nicht lang, ich Idiot. Gibt's auch nix. Oh, ich trottel. Wir müssen hier runter in die Untiefen. Hier nicht, sondern hier runter. da geht's nämlich weiter. So, hier können wir nämlich jetzt diese Tür hier aufmachen. Jo, äh, gibt's hier irgendwo noch ein Lagerfeuer? Ich glaube, das geht auch so. Ja, Pfeile hab ich genug, da kann ich mir auch wieder welche holen gleich. Ist das dein Ernst? Ich treff die Sau nicht, damit bewegt er sich nicht. Wie schwer ist es, ein nicht bewegbares Ziel zu treffen? Den will ich mit dem Bogen machen, wenn ich den schaffe. Da möchte ich gerne ein paar mit dem Bogen einfach machen. Wunderbar. Scheinbar, ja, scheinbar. Entweder das ist schwer oder der Typ oder der Typ ist einfach nur zu blöd. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er gesagt. Warte mal, da unten muss ich mich doch sowieso mit scheiß Hunden prügeln. Dann kann ich doch eigentlich auch ein bisschen hochlocken. Diese kleinen Gegner, die fast nichts geben und eigentlich fast nichts machen. Das sind die, die richtig abnerven. ist nämlich sau ärgerlich, weil einer von denen hatte mich halt mal fast gekillt. Damit. Einmal getroffen und dann bist du sozusagen in so einer Endlosschleife. hier bin ich noch ein bisschen unsafe, wenn ich nicht weiß. Kleiner Funfact, die hier ist eine Fleischerin. Das ist ein Mädchen oder eine Frau. Das ist kein Metzgermeister, sondern eine Fleischerin. Ich meine, man kann hier auch irgendwas skippen. Da kann man sich die gesamten Untiefen sparen. Das ist die Frage, ob ich das möchte. Kann man nämlich irgendwo auch, glaube ich, durchrollen und dann ist man einfach safe da. Der bleibt auch um jeden Scheiß hängen. Ist der jemand getriggert, den ich nicht triggern will? Na gut. Na komm Mutti. Schaffst du das da hoch? Der eigene Typ blockiert den Dingsbums. Geil. Oh, selten so dämlich. Oh, schön ins Kreuz. Wir hauen doch um. Meine Güte. Ist ja grausam hier. Ihr kommt nicht hin, da war die eigenen Gegner da so ein bisschen blöd stehen. Ah, der hat mich jetzt. Scheiße. Gut, gut, jetzt gibt es ein Problem. Wenn die nämlich jetzt hochkommt. Schafft es es? Nein, schafft es nicht. Wahrscheinlich den eigenen Tisch kaputt gekloppt. Oh, das schreibt mir. Warte mal, kann ich hier durchschießen? Nein, geht nicht. Ach, ist auch doof. So, ist die Frage, wo steht sie jetzt? Na komm, Hundi. Wow. Lässt es fallen? Nein, lässt es nicht. Manchmal lassen wir nämlich so einen Sack des Fleischers fallen. Den brauchen wir für eine Quest. Große Glut. Ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Können hier rein. Da könnten wir eigentlich die gesamten Untoten skippen und direkt zum Klaffdrachen gehen. Warte mal, wenn ich dem seinen Kopf treffe, müsste das genug Damage machen. Bist der Hund schon? Oh, mach ich hier nicht One-Hit? Ich muss da nämlich aufpassen. Wir sind hier eigentlich ganz gut. Na komm hoch! Ernsthaft! Er schießt denn da mit Pfeil und Bogen auf mich! Hier unten bin ich im Wasser, da bin ich ein bisschen... Hat auch eben jemand auf mich geschossen, oder war das der Hund da unten? So, wir könnten da langen... Ja, ich könnte eigentlich die gesamten Untoten skippen. Gibt es hier noch einen Fleischer? Lass mich alles kaputt machen, das ist klar. Weil manchmal kann es nämlich passieren, dass hier auch was. Vielen, vielen Dank! Ohne euch wäre ich ihre letzte Mahlzeit gewesen, bei lebendigem Leibe gefressen zu werden. Der Gedanke macht einem nicht wahr. Vielen Dank und auf richtigen Dank! Ich bin Lauterius vom großen Sumpf! Was ich euch verdanke, werde ich niemals vergessen. So, der wartet nämlich jetzt auch am Feuerschrein auf uns. Können wir nämlich auch zaubern, so einen Scheiß kaufen. Das ist halt die Frage, ob wir das wollen. Okay. Ach, Mist! Ach, kacke! Oh je! So, Problem! Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Jo, ich weiß. Ähm... Ja, das ist natürlich doof. Der steht jetzt hier. Ah, ihr habt es offenbar geschafft. Jawohl, ich habe es auch geschafft. Mit meiner Pyromanie vom großen Sumpf komme ich für gewöhnlich über die Runden, wenn ich Acht gebe. Ach ja, ich würde meine Magie übrigens gerne an euch weiterleiten. Es würde mich freuen, euch helfen zu dürfen. Aber außer natürlich, ihr findet Magie abstoßend. Klar, warum nicht? Oh, wirklich? Das ist aber schade. Ach nee, hier muss ich... Ich wünschte mir nur... Ich würde euch irgendwie... Äh... Scheiße. Da hätten wir jetzt Nein machen müssen. Oh, hallo! Ähm... Erst Nein und jetzt Ja. Nur so ein bisschen... Wunderbar! Ich bin sicher, hier nimmt zunächst die Spyromanie-Flamme. Okay. Ähm... Lass uns loslegen. Okay, ähm... So, okay. Okay, okay, okay. Das ist komisch. Ich kriege diesen einen Sack nicht. Ah, ja, genau. Genau, genau, genau. Jetzt kommen die an. Mein Vergnügen. Ja, ja. Oh, hallo! Äh, Wunder nehme ich an. Ja, ich weiß. Nee, passt schon. Ja, das sind Kleriker. Die sind jetzt mitgenommen. Ihr könnt euch... Die Zeit sind zwar hart, aber ihr könntet euch äußerst... Äh, wagen... Ach, hol nicht rum. Ihr seid auch untot? Dann ist für eine Verbrüderung keine Zeit. Ich habe in allem meine Mission und ihr habt zwei... Ja, ja, die müssen wir später nochmal befreien. Ähm... Lass mich mal ganz kurz gucken, wie ich das jetzt mache. Weißt du was? Ich renne jetzt hier einfach mal durch. Habe ich Zauberslots? Nein, null. Ich glaube, Zauberslots kriegt man, wenn man... Oh, ihr seid mir relativ egal. Bis ihr da seid, wo ich bin, ist mir das relativ Wumpe. Das ist... Bei manchen Sachen ist das echt ein bisschen nervig. So, die Fleischerer da unten. Die muss ich auf jeden Fall klatschen. So, einfach hier runter. Ja, die meisten Viecher sind jetzt wieder da, von daher ist es immer ein bisschen ärgerlich. Aber passt schon. Na, komm zum Mutti. So. Die Viecher sind hinüber. Das ist ganz gut. Die spasten mir den Flammen weg. Wunderbar. Gibt es hier noch ein Hundi? Ich kann es echt mit der rechten Hand gegen die Wand hauen und dann wird ein Schlag pariert. Das ist echt nervig. Teilweise. Muss ich hier runter? Will ich hier runter? Können natürlich auch hier runter. Hier bin ich auch gestorben. Ich probier's. Ja, hier merkt man, hier wird nichts mehr geone-hitted. Backstrapping! Das macht jetzt riesen Damage. so, Sack. Wunderbar. Den brauche ich nämlich. Den brauche ich nämlich. immer noch ein paar Käfer-Ausschau halten. Die sind nämlich super. Geht's hier runter zum Wasser? Hier muss man aufpassen. Könnte natürlich den ganzen Scheiß skippen. so, wir wissen ja... Alter, es ist dunkel hier. Ich erkenne selbst fast nix. Alter, guck's dir an. Den habe ich jetzt echt nicht erwartet. 12.000 Seelen. Warte mal, wenn ich... Ich will mal was gucken. Grades Drachenschwert. Schwarzritter, helle Bade. Okay. 38,5... 70, 76, 77. Ja, super! Ich kann jetzt endlich die beiden Dinger tragen. Okay. Okay. Stimmt, ich weiß, wo ich bin. Okay. Alles klar, ich weiß, wo ich bin. Wunderbar. So. Und da hat er auch ein Lagerfeuer, das bedeutet, es macht alles super. Ich zeige euch gleich den nächsten Trick, den habe ich mir nämlich auch reingezogen. Und da hat er auch ein Lagerfeuer, das ist ein Lagerfeuer, das ist ein Lagerfeuer, das benutze ich zum Steigern. Ich meine, so ein bisschen abpixelnd. Konstitution und Stärke. Aufsteigen. Stärke. Zweimal Stärke. Konstitution. Warum eigentlich nicht? So, dann, warte mal, ich kann bestimmt noch einer noch mal aufsteigen. Seelmonschmetterling, Ehrenwerterritter. Oh, geil. Jawohl. Soldat gibt 400. 800 sogar. Super, dann können wir nämlich extrem noch mal aufsteigen. Dann bin ich noch mal gleich auf... Toilette. Und ich muss mir irgendwas Kleines zu essen machen. Ich habe nämlich leicht Hunger. Aufsteigen. Ähm. 32 Stärke. Wie viel Stärke habe ich? 28. Jo. Oh. Attributbonus S. Das ist natürlich ganz geil. Ähm. Ich mache hier einen kurzen Break. Ja, so ein kleines Stream-Päuschen. Sagen wir mal so fünf... Fünf Minuten Stream-Päuschen. Ne? Machen wir es so. Machen wir schon mal das... Mikrofon aus. Und dann gehen wir mal in den Pause-Screen. Und ich muss natürlich die Facecam noch ein bisschen anders abernten. Äh. Ein bisschen nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach da. Nein. Nach da. Nach da. Ja, super. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank. 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 So... Krümel von Brötchen abgefallen. So... Super... ... 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 Habe ich eigentlich noch einen Läuterungsstein, ja, ne? Drei sogar, wo habe ich die denn her? Habe ich die wirklich gefarmt? Ich habe so das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen laut, hä? So, Kanalkammer-Schlüssel. Okay, der weiß Bescheid. Will ich da jetzt schon runter? Ich habe mal so einen Trick gesehen, wo man den ganzen Scheiß hier skippen kann. Aber ich weiß halt nicht, ob ich noch, ob ich schon in der Lage bin. Ich weiß nicht, ob ich schon in der Lage bin. Warum hat er mich gesehen? Warum habe ich so viel Energie verloren? Bum, 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 Darauf habe ich keine Lust zu gehen. So, mal gucken, was wir hier so finden. Nichts. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Blöd gelaufen. Warte mal, nicht da irgendwie so ein bisschen tricksen. Das macht er doch nur einmal. Ne, geht nicht. Okay. Ich würde sagen, ganz im Ernst, es läuft beschissen. Warte mal, lila Moosklumpen. Geil, Vergiftung. Okay. Ich bleibe bei meinem vorsichtigen Umtreiben. Okay, sonst gibt es hier nichts. Den Typen will ich da oben auf jeden Fall noch platt machen. Ich denke mal, ich bleibe bei meinem Drake-Sword. Den lasse ich in Ruhe. Alter, was ist denn das für eine Muschi? Entschuldigung, aber so ist es einfach. Oh je. Das ist ja, das ist ja ein Witz. Das war ja ein Witz. Aber gut, die helle Badeauf plus zwei ist natürlich OP, ne? Darf man nicht vergessen. So, eigentlich muss ich den großen besiegen, den dicken. Dann muss ich was aufmachen. Dann gehe ich zurück zum Lagerfeuer. Na, das läuft ganz gut. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Du musst da aufpassen, die können dich nämlich auch mal fluchen. Hier könnte ich nämlich auch mies verfluchen. Du hast nämlich echt ein Problem. Haube des Todes. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Das ist ein Auge des Todes. Scheint irgendein Verbrauchsgut zu sein. Lockt Phantome aus anderen Welten an. Ah, okay. Ah, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Mhm. Die Hellebade ist super. Die Hellebade ist wunderbar. Die Hellebade ist wunderbar. Oh, komm schon. Sag mal, bist du noch zu blöd, das Team zu treffen oder was? Na gut. Und was wartet hier unten auf mich? Wieder so ein Glubschi. Na, komm hoch. Na, komm. So, jetzt haben sie alle abgeschaltet. Jetzt sind sie alleine. Ist mal wieder so typisch. Oh, die Ratten. Oh, diese Scheiß-Kack-Ratten. Was passiert eigentlich, wenn ich diese Ratte abschieße? Geht das überhaupt? Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Okay. Kannste vergessen. So, jetzt droppt die hier. Oh, Menschlichkeit. Das ist cool. Das ist cool. Aber das ist ja das Grausame. Grüne Scherbe. Das klingt super. Ich weiß, dass da noch oben einer ist. So, jetzt aber. So. Okay. Kann ich das schon öffnen? Verschlossen. Kann ich bestimmt öffnen. Gegrüßt seid ihr. Schönen Tag. Ich bin doch mal von 10er. Ich bin lediglich eine Art Händler. Ja, ja. Kuriositäten. Gegenstand kaufen. Goldharz. Bringt mir gar nichts. Gerade das Kristallschwert. Kristall und Kristallschwert. Kristallschwert. Kristallschild. Alles ganz nett. Aber. Hält mich zu weisen. Ansonsten, ja. So richtig viel hat er nicht. Ich will das Gefühl nicht, dass wir wieder. Versteht sich. Alles klar. So. Hier geht es doch zum Boss. Große Ratte habe ich noch nicht besiegt. Den will ich, den Boss will ich nämlich nicht solo machen. Der Dicke ist nämlich doch am Leben. Wie komme ich denn da hin? Ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Glück ist hier alles tot. Gumpst die mit rein. Ja, ganz genau. Das habe ich mir auch gedacht. Hier gibt es nichts. Okay. Ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Und zwar hier durch. Hier nicht. Hier war ich noch nicht. Da bin ich mich runtergefallen. Diesen Traum. Die Helle Bade ist einfach nur. Die Helle Bade ist einfach göttlich. Die ist einfach wunderbar. Wie kommt man denn da hoch? Ich will da hoch. Ich will da hoch. Sonst gibt es hier nichts. Nur den Dicken. Na gut. Ähm. Das ist ein bisschen komisch. Na gut. Macht aber nichts. So. Habe ich den Dicken schon mal besiegt? Das ist super. Dann gehe ich zurück ans Lagerfeuer. Ja. Dann mache ich mich menschlich. Dann laube ich diesen gesamten Scheißweg wieder. Und dann kloppe ich den Ritter. Ja, dann kloppe ich den Drachen kaputt. Genau. So, dann muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig agieren. So, Aushöhlung umkehren. Zwei Menschlichkeit habe ich ja gefunden, ohne sie zu benutzen. Menschliche Gestalt erhalten. Ähm. Aufsteigen. Nein. Ich muss aber echt mal wieder leveln. Kriegen wir aber hin. Was sollten wir hinkriegen? Wir können jetzt hier runter. Wir gehen jetzt hier lang. Wollen wir mal ein bisschen aufpassen. Gucken, wo wir rauskommen. Also, warte mal, wenn ich nah genug hier rangehe, muss ich das Vieh one-hitten. Das Vieh ist auch nah genug dran. Wunderbar. Wunderbar. So. Der ist auch hinüber. Das ist gut. Und jetzt. Guck mal, ist ein hübscher Boy. Na, ist der hübsch? Ja, komm, der ist hübsch. Jetzt sind wir alleine. Jetzt sind wir wieder alleine. So. Wie war das? Alles andere macht keinen Sinn. Hier runter. Ritter Solare wird gerufen. Wunderbar. Gibt es hier noch irgendwo ein Phantom? Haha. Jetzt wird es richtig einfach. Komm. Machen wir mal. Machen wir mal. Pussyhaften Schemel. Okay. Ritter Solare wird gerufen. Genau. Solange wir den nämlich nicht töten, hilft er uns nämlich. Ritter Lortres. Lortres. Alter Drache. Jetzt aber hier. Jetzt gibt es erstmal voll Fett auf die Schnauze. Oh, schwere Ambos und schwere Bolzen. Jawoll. Weil und seine Boys, Mann. We are the gang in the hood. Und wir verprügeln dich gut. Und durch den Nebel schreiten. Jetzt kommt wieder das hässliche Ding. Das Ding. Auf jeden Fall. Oh, wie süß. Ein kleines Krokodil. Ähm. Ähm. Alter, von dem will ich keinen Blowjob kriegen. Das kannst du aber glauben. Hat der hier im Alter. Ist eigentlich ganz gut, den Ritter. Uh, ha. So. Das Interessante ist, am meisten Damage kriegt der, wenn du auf seinen Dingsbums haust. Das ist ein kleines Krokodil. Ja. Jawoll. Ah, der Lordress geht ab. Schandstadtschlüssel. Doppelmenschlichkeit, sonnlich Medaille. Ah, stimmt. Die Medaillen kriege ich immer, wenn ich mit denen was mache. Stimmt. Da war ja was. So. Wir haben jetzt irgendeine... Wir haben jetzt einen Schandstadtschlüssel bekommen. Harte Lederrüstung. Robuste Lederrüstung. Ähm. Schwarze Lederrüstung. 31. Robuste Lederrüstung. Würde Sinn ergeben. Warte mal. 15. 13. Harte Lederstiefel. Lederstiefel. Schwarze Lederstiefel. Die müsste ich eigentlich mal upgraden, um dann zu gucken, ob die was bringen. Gut, das werde ich auch machen. Geht's da weiter? Nein, da kann man nur rein. Ich glaube, hier kann man ein bisschen Schutz suchen. Und die... Ist eigentlich ganz gut. Ähm. Die beiden Ritter, die ich gerufen hab, die machen jetzt zwar keinen großen... Haben jetzt keinen großen Damage bei diesem Vieh gemacht. Ist, glaub ich, auch einer der hässlichsten Bosse hier. Aber... Ähm. Wie heißt's? Dafür haben die den Boss gut abgelenkt. Hätten hier noch jemanden rufen können? Man weiß es nicht. Man weiß es echt nicht. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ah, genau. Jetzt kann ich dieses Dingsbums aufmachen. Genau. Jetzt kommen wir nämlich hier runter. Da waren wir nämlich beim letzten Mal. Das ist dann ein relativ Neugebiet. Super, das habe ich nämlich beim anderen Spielstand vergessen. Oh, grüßt. Wir sind uns schon begegnet. Die Dingsbums kaufen. Kann ich mir irgendwas kaufen von dir? Nein. Ja, komm, hol nicht rum. So, ähm. Ich will jetzt zurück zum Feuerwandschrein. Oh, es ist Vieh wieder da. Ah, achso. Stimmt. Das war ja was Falsches. Kriegen wir das hin? Kaum weg mit dir. Dann ist der Käse auch gegessen. Ich mache mir einen Bogen mehr Damage. Also mit so einem Vieh, das ist unglaublich. Ähm. Ja, ich gehe, ich gehe den kurzen Weg zum Lagerfeuer. Das bedeutet. Hier und dann da hoch. Ja, kannst du mal sehen. Alles treulose Tomaten. Sind alle abgehauen, ohne Tschüss zu sagen. Zeltikon genauso. Hat sich einen dummen Spruch abgelassen, ist dann abgehauen. Das kann ich allein mit Fußpilz. Und trotzdem machen das alle. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm. Aufsteigen auf jeden Fall. Zwei, drei Stärke. Okay. Yes. Wir können die Schwarzritter helle Bade nehmen. Wunderbar. So. Rüstung verstärken. Kann ich da irgendwas machen? Ich habe keine kleinen Scherben. Das ist das Problem. Aber ich möchte trotzdem nochmal an die Bodenlose Kiste. Und eben den ganzen anderen Scheiß mal ablegen. Ah, das gerade Drachenschwert behalte ich trotzdem mal. Man weiß ja nicht. 40. 32. Das könnte ich auch tragen. Ja, das habe ich. Ich habe mir GTA schon gekauft. Ich habe es sogar installiert. Die Frage ist halt nur, ob ich das spielen möchte. Das ist echt nicht mein Fall. So, das weg, das weg. So, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das behalte ich mal. Talisman. Warum eigentlich nicht? Zielschilde können weg. Das Hüllenschild kann weg. Schwarzritter, Steingroßschwert. Das behalte ich mal. Bei der Rüstung kann ich eigentlich auch. Standard kann weg. Hier gucke ich einfach mal. Ich glaube nämlich, dass wenn die geupgradet ist, die ist wesentlich besser. So. Zack, 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 zack. Okay. So, weg, 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 weg. Ferrishut. Hüllenkriegerkleidung. Ganzen Müll hier. Hüllen, die Kapuze. Weg, weg, weg. Den Sack brauche ich. So, jetzt wollen wir mal gucken. Abfall habe ich. Menschlichkeit. Alle Moossorten habe ich. Das habe ich. Sack der Fleischerin. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein Jaubuck-Küchlein. Und dann könnte ich mir. Ja, ich weiß, dass du dir das for free gegönnt hast. Das habe ich dir doch geschrieben. Habe ich in meinem, habe ich im Discord. Wer da aktiv ist, merkt, dass ich da nicht nur alle anpümmel, wenn ich, ähm, Dingsbums habe. Was zum Geier. Ich muss da lang, Leute. Ich muss da lang. Nee, das Problem bei den Viechern ist einfach, die haben eine richtig ekelhafte Hipbox. Und das ist das Problem. Du kriegst sie halt nicht wirklich gegriffen. Das bedeutet, nur weil sie da zu sehen sind, heißt das nicht, dass du sie triffst. Wunderbar. So, und jetzt wieder zum Feuerbanschrein. Ich habe mir den Stream vom Zelt-Registern angeguckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war echt eine Lachnummer. Sage ich ganz ehrlich. Hat er sich wieder über den Hunder da aufgeregt. Ja, das ist eklig. Das ist echt widerwärtig. Das ist echt eklig. Das ist echt eklig. Oh, die Hunde sind ganz schön agil. Das ist echt widerlich. Auf der einen Seite können sie es wahrscheinlich selbst nicht wirklich leiden. Das ist nämlich so ein bisschen das Ärgerliche. Weiß doch noch bitte tausendfach aus. Warum muss ich den Hund treffen? Warum muss der Hund mich treffen, damit ich ihn treffe? So, das macht alles nix. So, jetzt kann ich erstmal ein bisschen auf Damage gehen. Ah, 500 Damage bei so einem Vieh. Ist schon schön. Ja, weißt du, was ich mache? Ich habe Pfeil im Bogen und du mich nämlich mit einem scheiß Feuer triffst. Da sehe ich ganz schnell die Sterne von unten. Super. Wunderbar. Ja, ich mag das selbst nicht. Ich finde das halt eklig. Vor allem gucken die meisten wirklich nur ganz kurz zu. Das ist sehr, sehr schade. Und das war's. Und macht sich halt keiner mehr Mühe, den Menschen dahinter kennen zu lernen, sondern einfach nur noch mein Spiel. Ja, nein, tschüss. Wenn ich jetzt Florencia streamen würde, dann würde das alles ganz anders da aussehen. Komm, ich schieße in das Becken. Lappen. Du kriegst einen Kopfschuss. Ist der Käse auch gegessen. Jetzt gehe ich hier hoch. Hey, der hat sich mal wieder drüber aufgeregt. Der hat mal wieder typisch Zeldri... Typisch Zeldri halt. Der hat verzweifelt, weil er es nicht geschafft hat, die Level 100 der 100 als Ex-Kart zu ziehen. Natürlich doof gelaufen. Klar, natürlich. Ist klar. Aber, ähm... Ja. Und dann wollte er sich ein Status-Reset holen. Hat dann geheult, dass das von 10er nicht wieder... Dass man da mehr als 10 Euro aufladen muss. Und 12. Dann hat er irgendwie rumgeheult, dass man das mit der PaySafe-Karte nicht punktgenau machen kann. Also Eurogenau und so weiter und so fort. Und dann hat man ihm halt erklärt, dass es die Möglichkeit gibt, entweder die Codes der PaySafe-Karten zu... Wie heißt's? Aufzuheben und zu kombinieren. Oder, dass wenn man halt die Codes wirklich für andere Sachen ausgeben will, dass man sich da sozusagen so ein MyPaySafe-Karte-Account machen will. Und dann kam wieder die alte Leier so nach dem Motto, ja, 100er kriegt man mehr. Und das hat er irgendwie auch irgendwie falsch verstanden. Oder wollte es halt anders da haben. Dann hat er sich halt im Feedback-Channel wieder beschwert. Und dann gab's einer, der hat gesagt, er hat oft so rumzuheulen. Und so weiter und so fort. Und ja, es ist typisch Zeldri. Wenn der halt irgendwie irgendwas stört, dann muss es so funktionieren, wie er halt möchte. Und da ist es dann auch relativ egal, ob er es einfach nur falsch verstanden hat. Zum Beispiel. Das ist... Oder er hat sich da wieder auf irgendwelche Sachen eingelassen. Wo man sagen würde, nee, lass es doch einfach. So. Hier will ich jetzt speichern. Und dann will ich noch eine Sache holen. Nee, die haben es angepasst. Die haben es angepasst. Die haben die gleichen Preise... Die haben die Steam-Preise jetzt auf der Webseite auch genommen. Du kriegst keine... Du kannst für einen 10er nicht mehr aufladen. Für 10 Euro. Oh, der Typ ist auch weg. Du kannst jetzt nicht mehr für 10 Euro 8300 AP aufladen, sondern die haben jetzt einfach die Steam-Preise übernommen. Und deswegen sind diese krummen Beträge so zustande gekommen. Keine 10er, keine 15, keine Dingsbums mehr, sondern es geht nur noch 5 Euro... Nee, 6 Euro, 12 Euro, 24 Euro, 50... 50 Euro und 100. Ja, dann kam halt wieder Dingsbums, Hunderter, Gedöns, und so weiter und so fort. Und dann haben sie... Dann hat er halt rumgerollt. Ja, ich kann das nicht mit einer Pay-Safe-Card machen und so viel will ich fürs Game nicht ausgeben. Pipapo. Da denkst du mir so, Alter, du kriegst Kohle voll und du verdienst durch das Spiel Geld und dann heute auch noch rum. Habe ich dann auch schon wieder gestern 2 oder 3 Euro gespendet kriegt. Aber ob ich mit Florenza Geld verdienen will? Ich weiß nicht. Vor allem ist es halt dämlich, weil es der Raft kriegt irgendwas nicht hin. Klar, natürlich. Ist halt nicht der schnellste, der Kerl. Ähm, gerade wenn ich so sehe einen Exca, sorry, aber wenn ich ein Video machen würde, könnte ich dem zeigen, wie man Exca levelt. Das würde ratzfatz gehen. Ähm, Problem ist natürlich, der rollt dann halt rum. Cornfrage. Hast du nett gesehen? Warte mal, noch ausgucken. So, 31, 33 okay. Blutresistenz natürlich höher. Das ist ganz gut. Ich will mir jetzt erstmal wieder ein paar von den Dinger kaufen. So, Gegenstand kaufen. Bis drei. Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe da auch nicht, dem jetzt nicht zugehört. Aber wenn ich mal so bedenke, wie der so... Dann hat sich halt einer darüber aufgeregt, dass ein Feedback-Channel halt permanent am Spam ist. Weil der sich über irgendwelche Sachen aufregt. Wenn er es nicht rafft, ist es gleich ein Bug. Und so ein Scheiß. Das ist halt... Sorry, aber das ist dumm. Und ja. Das ist halt typisch Zelldreh halt, ne? Das war schon immer bei dem der Fall. Wenn es etwas nicht funktioniert, wie er möchte, sind alle anderen schuld, nur nicht er. Das ist dumm. Wenn man ihm das sagt, dann... Er lernt es halt auch nicht. So, erstmal reparieren. So, Rüstung verstärken. Robuste Lederrüstung. Zwei. Ähm. Stufe 3 ist die besser als die normale Lederrüstung. Das ist gut. 15. Superharte Lederstiefel. 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 Super. Am Gegenstand kaufen. Dafür brauche ich die großen Scherben. Das sollte mir jetzt wesentlich... Ah, warte mal. Was habe ich denn hier noch? Das machen die nicht. Dafür ist das Spiel nicht populär genug. Der will nicht von Florenza leben. Der will einfach alles haben. Wenn er die Hunde auählen will, dann will er nicht... Dann will er nicht eine Stunde üben und es testen, sondern will das beim zweiten Mal hinkriegen. Wie die, die es halt schon wochenlang probieren. Weil wenn er es halt nicht kann, dann lässt er sich halt von anderen Leuten auffauen. So nach dem Motto, wir brauchen ein Skill Reset, weil er zu wenig Gewandtheit hat. Äh, Konsti meine ich. Und so weiter und so fort. Und so ein totaler Mist. Das ist halt so... Ich tue, oh! Der kann seinen Charakter. Das ist super. Das will ich auch können. Wenn es nicht klappt, mi, 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 mi. Und deswegen... Das ist halt jetzt... Hier. Dark Souls. Zu mir wurde gesagt, ich habe kein Skill, weil ich nicht spielen kann. Ich habe halt in Florenza die falsche Klasse genommen. Hast du gesehen? Ich meine, gut. Hier Kai, wir zum Beispiel. Wir haben das ja schon... Bist du ja einer von den wenigen, die meines Teams komplett alle mitsehen. Ja, hast du gesehen? Ich bin am Anfang hier bei Dark Souls auch verreckt und verreckt und verreckt und abgeflucht und geheult und gejammert und wollte Corona-Viren verteilen und jetzt sind die Gargoyles nix. Das ist einfach Triton-Eror. Bin hundertmal gestorben, bin ein bisschen geübt, bin ich zwanzigmal gestorben, habe ich gemerkt, okay, ich sterbe immer noch zwanzigmal, habe ich mir Videos angeguckt, Tipps angeguckt. Okay, wie funktioniert das? Was kann man noch machen? Wo kann ich das Bestmögliche rausholen? Und dann... Bam! Easy. Und jetzt siehst du, dass ich eigentlich keine Probleme habe. Justin kann ein Lied davon singen. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon reingeguckt hat. Auf jeden Fall hallo an den zweiten Zuschauer. Wie oft ich an diesem Drachen nach vorgestern verreckt bin, als wir noch das mit dem 30 FPS gespielt haben, zum Beispiel, mit diesen Dingsbums. Wie oft ich da einfach gestorben bin. Aber richtig. Und jetzt habe ich den beim First Try gekillt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, werde menschlich. Du hast die richtigen Leute auf deiner Seite. Die helfen dir bei... Die helfen dir. Easy. Zum Beispiel, ja. So ist es. So wird es laufen. So, was haben wir hier? Gewicht 5,9. Status umschalten. Ich kann bis zu 40,5 Dingsbums gehen. Okay. 38,8 physikalische Verteidigung. Okay, 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 okay. Das ist ganz gut. Feuerabwehr wird erhöht und Blutresistenz. Dann trage ich die. Was haben wir hier? Zum Beispiel, dass man sich hier die Statuswerte und alles anguckt. Das ist alles Übung. Das ist alles Übung. Und das ist halt in Florencia. Es ist halt genauso. Natürlich einfacher als in Dark Souls. Das ist klar. Aber wenn halt Florencianer zu mir sagen, ich habe keine Übung. Ich merke das ja selbst, ja. Als ich das, ähm, als ich das selbst sehr lange gespielt habe, merkst du, dass du irgendwann, dass dich das Game zu stark mitnimmt. Auch Sucht, ja. Also wenn nämlich jetzt, wenn ich jetzt nur einen normalen Bann hätte und kein Hausverbot, hätte ich wahrscheinlich mit einem anderen Account nochmal angefangen. Da ich aber Hausverbot habe, zumindest laut Zellry, ich habe da nicht nachgefragt und deswegen bleibe ich einfach mal bei dem Gedanken, dass ich Hausverbot habe, ähm, habe ich das Spiel sein gelassen und jetzt merke ich, okay, du gehst mit den Spielen anders da ran. Du guckst dir die Sachen an, übst, wie es läuft, wie es funktioniert. Florencia habe ich halt GSM gespielt. Das ist halt natürlich blöd. Aber, ja, von daher, so, ich habe jetzt eine, wo sieht man, ah, 134 Abwehr, ist eigentlich ganz gut. Super, ähm, auf jeden Fall, merkst du einfach, das wird, das wird und, ähm, ja, so ist es bei Florencia halt genauso eigentlich. Nur, dass du da halt die Vorteile hast, wenn du die richtige Klasse spielst, ne. Ich meine, ich sage ganz ehrlich, wenn ich einen X-Kar auf Level 86 hätte, so, dass ich die Level 100 da Runde ziehen könnte, würde ich das auch ganz schnell machen. Ich habe ja mal einen X-Kar gespielt und habe ich ja schon mal gezeigt, dass wenn du halt in Bewegung bleibst und die richtigen Skills benutzt, dass sich die Feature nicht treffen und Zeltricon kriegt das halt nett hin. So, was wollte ich dann jetzt? Ähm, ich will mal was gucken. Okay, ich brauche eigentlich nur noch einen Jauchokühschlein. Ich weiß, wo ich lang muss. Ja. Ich zum Beispiel, ähm, Mythos of Gaming, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, habe den ja auch eine Zeit lang geschaut und der hat Dark Souls auch gehasst, bis das dann später mal richtig angefangen hat. Und dann habe ich mir einfach dem seine Videos mal so ein bisschen angeguckt, hab dann geguckt, hier so Walktrues und so weiter und so fort, wie was geht, wo welche Tricks sind und jetzt sind die Dinger echt easy. Zum Beispiel, ähm, ich zeig dir jetzt gleich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den Stream vorgestern, wo wir beim Stream Spielstand soweit gewesen sind, noch ein bisschen weiter als hier, dass wir, ähm, ähm, wie heißt's, dass wir nach Anor Londo mussten. Ähm, das hat sie dann auch, bei manchen Gegnern geht es halt nicht den Tag so aus, weil die Gegner auch ihr Muster abändern. So, hast du was zu sagen? Was los? Jagt euch das da draußen. Angst ein, ihr werdet beide zur Hülle, wenn ihr euch, ehe ihr euch versteht. Gut. Glaube, nee, die ist noch am Leben. Die ist noch am Leben. Der bringt die um. Aber wir können die wiederbeleben, dann kann die reden. Naja, auf jeden Fall, ähm, hab ich einfach gemerkt, es wird einfach. Es wird echt einfach, wenn du, wenn du mit dem Spiel lernst. Gut, bei Florenza, wie gesagt, mehr oder weniger. Ähm, und zwar gestern war ich ja unten in Anolondo, wo ich jetzt auch hin will und da gibt es ja diesen Boden mit diesen, ähm, diesen, diesen Wasserboden, der mich auf Dauer vergiftet. Und, ähm, das ist natürlich sehr ärgerlich und sehr ekelhaft, weil du einfach, ähm, nicht weißt, wie du agieren sollst und von daher es ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, folgendermaßen, da hab ich mir, ähm, das kann man sich auch ein bisschen einfacher machen, vor allem, wenn man unten lang muss und oben lang nicht wirklich. Äh, will ich die platt machen? Ich weiß es nicht. So, hier lang. Hier nur obligatorisch runter. Ich hätte auch durch das Drachental hier gehen können. Aber hier bin ich noch nicht so weit. Hier will ich nur einmal ein Jaureküchlein holen. Mehr will ich nicht. Und dann zeige ich hier was. Und zwar kannst du dir nämlich, könnte ich jetzt schon zurück ins Asyl der Untoten, wo wir gestartet sind, also Startgebiet. Es ist ganz schön dunkel hier. Oh, ist das mies. Das lassen die Dicken hier nämlich droppen. Und dann bin ich hier auch fertig. Ähm, ich kann nämlich jetzt zurück ins Asyl der Untoten. Da gibt es ein paar Sachen, die ein bisschen mies sind. Aber das kriegen wir hin. Da hinten ist noch ein Drache, den können wir erwecken. Den würde ich dann, da der so super läuft, würde ich mir gerne die Seele von diesem Fieder holen. Die Seelen. Entschuldigung. Äh, wenn schon, denn schon. Ähm, da kann man sich nämlich einen Ring holen. Wenn wir das richtig machen. Und dann können wir nämlich, ähm, hier den Drachen kann man wecken. müssen aufpassen, der spuckt nämlich so einen Dingspunks. und das vergiftet einen schnell. Und deswegen, so, der ist weg. Drachenstein, okay. Astora-Schwert, Drachen-Wappenschild. hat aber sehr wenig sehr wenig Leben gegeben. Warte mal, wenn wir mal was gucken. Will mal was schauen. Noch bin ich hier nicht so weit, oder will noch nicht so weit sein. da geht's nicht weiter. Okay. Geht's hier sonst weiter. Da. Ja, okay. Okay, 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 okay. Nicht runterfallen. Ist ein ganz schön enges Tal hier. Gut, Tal der Drachen. Also, die brauchen hier eigentlich keinen. Leben. So, und jetzt gehe ich wieder nach oben. Du kannst nämlich, wie gesagt, zurück ins Asyl der Untoten und da gibt es einen schönen Ring, den du dir holen kannst. Einen verrosteten Eisenring und durch diesen Eisenring, Sekunde. so, wo sind wir hier genau? Ähm, dieser Ring bewirkt folgendes und zwar gibt es hier einen verrosteten Eisenring. Ähm, wenn du den nämlich trägst, Ups, das wollte ich nicht. Ähm, aufsteigen kann ich noch nicht. Okay, Waffe verstärken. Schwarzritter, helle Warde, dafür brauche ich zwei Funkeltitanit. Zeige ich dir. Ähm, wenn du den Eisenring nämlich trägst, dann kannst du nämlich durch das Wasser laufen, ohne, ja, ja, ich weiß, was da gleich kommt. Ähm, ohne, dass sich das Wasser verlangsamt. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt von diesem Ring. Muss man aber auch erst kennen. Oh, ihr schon wieder? Ich wurde von der Dame getrennt. Ich suche alle Orten, doch auch keinerlei Spruch von ihm. Meine Dame, wenn man bedenkt, dass ich euch mit meinem Leben schütze, zu, naja, komm, der holt jetzt rum, dass die Priesterin weg ist oder diese Tussi. Wir könnten hier unten befreien, da, wo wir jetzt gleich hin müssen. Da werden wir die angeblich finden. So, hier rüber, dahin, genau, abwägen. Ah, hat nicht geklappt. Okay. Das muss man einfach mal ein paar Mal testen, bis es halt klappt. Da werde ich zweimal hin müssen. Oh, komm schon. So, die beiden sind hinüber. Hier gehe ich lang, wenn ich da lang muss. Hört mal wieder einiges an Flakonkosten. Ja, ja. so, ähm, weil, wie gesagt, ist nämlich aktuell so gewesen beim letzten Mal, dass ich, wenn ich durch das Gift gelaufen bin, wurde ich verlangsamt und ich wurde immer vergiftet, immer, dauerhaft. Das kannst du mit diesem Ring halt dodgen, weil du dann einfach wie im Wasser läufst, wie durch Luft. So, hier lang bin ich eigentlich schon gestorben. Ne, ich bin doch ein hübscher Boy. Super. Jetzt werde ich tausendmal sterben. Oh, hallo Motte. Hau ab. Doch, komm schon. Sascha, du Idiot. Der Charakter ist übrigens Sascha. Ähm, was machst du denn da, du Volltrottel? Ja, das wird ein bisschen dauern. Ich hab so das Gefühl, dass ich mit meiner Rüstung gerade ein bisschen zu unagil bin. Aber wenn der Moggi das mit einer festen, harten Steinrüstung schafft, dann sollte ich das mit der robusten Lederrüstung eigentlich auch schaffen. also folgendermaßen, ich muss von dort hier drauf, dann kann ich da lang, dann kann ich von da oben runter springen, hier den Schlüssel holen, dann wieder zurück, wieder hier drauf, dann da hoch und dann kann ich mich als Ei verkleiden und dann werde ich wieder zurückgetragen. Das geht mit einer normalen Rolle. Stimmt, da war ja was. Da muss man nicht direkt springen. So, Schlüssel, Untoten Asyl West. Super, jetzt muss ich sowieso da runter, wieder. Okay, ich dachte, da gibt es irgendwas Besonderes, aber war wohl nicht der Fall. so, den Schlüssel haben wir. Jetzt das gleiche Beschiss wieder. Wunderbar. Sind auch mittlerweile durch die Hellebade stark genug, um uns den Dämonen zu stellen. War hier noch irgendwas Interessantes? Nein. Gut. So, hier jetzt den gesamten Turm hoch. Auch hier außen. Muss man auch wissen, das sagt ja auch keiner. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, hier gibt es nix. Wunderbar. Und jetzt zig Stunden warten. Am Anfang dauert das ein bisschen. von daher gucken wir uns die Cuts ihn mal an. Läuft eigentlich ganz gut. Big Mac. Big Mac. Haha, hübscher Boy. Wunderbar. So, jetzt kommen wir wieder hier zurück. Und jetzt wird es interessant. So, wir machen erstmal hier unten diese Lümmel platt. Die gehen wir wieder auf den Sack. Wie wüsste, ich mag keine Gegner mit Feuer. Da lieber mit meinem schönen Bogen drauf. Drecksack. Ja, ist gut ausgewichen, aber die geben gut. Ähm, jo, jetzt hier hin. Du, du, gib mir warm, gib mir soft. So, das können wir nämlich jetzt schon machen. Ich habe nämlich erst gedacht, da müssen wir noch eine Puppe machen. So, folgendermaßen, der will einmal einen geborstenen Augapfel ablegen. ein bisschen ärgerlich, Partie beenden. Stab drücken. Fortfahren. Und, was hat er jetzt? Läuterungssteine hat er fallen gelassen. Sie. So, ähm, macht, bringt auch nichts, wenn wir, ähm, zweimal was reinsetzen, dann holt sie nämlich rum und sagt, das haben wir schon. Ich will mal gucken, ob das was bringt. Das nicht, das ist nicht warm, das ist nicht weich, okay. Okay, wir können also auch, wir verlieren auch keine Gegenstände, wenn wir was anders machen. So, dann will sie von jedem Klumpen einhaben. von diesem Moos. So, was habe ich ihr denn jetzt gegeben? Ähm, diesen Augapfel. Habe ich ihr gegeben, okay. Na ja, die sagt jetzt immer das gleiche. Funkeltitanit, super. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das brauchen wir zum Upgraden. So, was haben wir ihr denn jetzt gegeben? Ähm, Blüte, Blüte, Blüte. Ähm, was habe ich ihr denn jetzt gegeben? Augapfel habe ich ihr gegeben, blutroter Linksbums, glaube ich. Ich meine, das wäre jetzt rot gewesen. Nila. Auf jeden Fall. Ich meine, es wäre jetzt rot gewesen. Funkeltitanit, okay. Ähm, jetzt noch lila Moosklumpen mit Blume. Das musst du auch wissen, sagt dir keiner. Der rostete Eisenring, da stand es eben. So, wieder funkeltitanit 2, okay. Warte mal, habe ich ihr den Blutrot schon gegeben? Genug, genug, okay. Ähm, was braucht ihr denn sonst noch? Ähm, das hat sie, Läuterungsstein, Brandbombe, ist warm, aber das hier? Jaureküchlein. Moossorten habe ich ihr jetzt alle gegeben. Es wird eigentlich nur noch Menschlichkeit, Abfall. Super. Oh, der Mond Titanit, das ist super. So, ähm, so, Seele, nein, Seele will, oder? Ne, glaube ich nicht. Eine Menschlichkeit, ist ein bisschen low. So, was noch? Menschlichkeit hat sie gekriegt, jetzt brauchst du noch Abfall. Ja, ich habe mir Dingsbums mal angelesen, wer, wer diesen, ähm, Dingsbums mitliest, äh, mitführt, dem ist nicht mehr zu helfen. Stand im Spiel drin, aber, lasst euch von diesem Text nicht, äh, grauer Brocken gegen Abfall, das ist ein guter Tausch. So, jetzt wird es interessant, ähm, folgendermaßen, hier, den da, Anzeige umschalten, hier, ein blutbefleckter Flickenbeutel, der von der in den tiefen, hausenden Menschen vertilgenden, untoten Köchin getragen wird. Er verfügt über zwei, äh, behelfsmäßig hineingeschnittene Kuglöcher. Erstaunlich, weich und bequem zu tragen, aber als Schutzausrüstung vermutlich so gut wie wertlos. Ablegen. So, mehr weiß ich nicht, was da noch passiert. So, dann geben wir das Ding. Die will noch irgendwas haben. Was haben wir denn bekommen? Oh, Dämonhammer. Gut. Es lief doch besser als gedacht, ähm, Allerdings muss ich sagen, ja, es lief sehr gut. Ich kann meine Helle Bade, glaube ich, nochmal eine Stufe upgraden. So, was haben wir hier? Grauer Bocken. Brocken verstärkt Standardwaffe, plus 14. Kristall Blitzwaffe, plus 4. Grüne Scherbe, verstärkt Zauberfeuer, göttliche Waffen, blauer Brocken, verstärkt Funkeltitanit, verstärkt sonst nicht verstärkbare Waffen, Dämonen-Titanit, äh, verstärkt Waffen aus besonderen Seelen, Drachenstein. Jo. Hier müssen wir aufpassen. Hier waren wir ja schon, aber hier gibt's noch einiges zu sehen. Von daher, jo, wir werden noch unseren Spaß haben. Vertrau mir. Ich will aber vorher nochmal ans Lagerfeuer, bevor ich jetzt hier großartig rumeier, weil ich will nämlich dieses herumtragen. So, 38, wunderbar. Das Lagerfeuer habe ich beim letzten Mal nicht entfacht, da bin ich einfach durchgerusht. Ähm, Waffe verstärken. Funkeltitanit? Vier Stück? Oh, geil. Oh, plus vier. Super. Ähm, ich habe noch zwei, das ist nicht so geil. Äh, kann ich irgendwie die Rüstung verstärken? Nein, kann ich nicht. Bodenlose Kiste. Was kann ich denn da jetzt ablegen? Hier steht zwar, wenn ich auf den linken Stick klicke, steht zwar, dass ich da alles ablegen kann, aber das funktioniert nicht. Ich habe schon getestet. Das ist so abnervig. So, was habe ich denn hier? Das Thorass Schwert brauche ich nicht. Gerade das Drachenschwert behalte ich mal. Kostet 10.000 Seen, kann man es upgraden, aber für 20 Stärke ist mir das einfach zu blöd. Demo noch mal, 46. Bäm. Lassen wir mal. So, ähm, Steingroßschild, Drachenwappenschild brauchen wir nicht. Ähm, ansonsten, warte, 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 warte mal, warte mal, warte mal. Walterschild, Drachenwappenschild. Ähm, 68, 62, die haben die gleichen Werte, nur das Dämonen-Shed ist ein bisschen stärker. Hat auch eine bessere Haltung. Haltung ist, ähm, werde ich zurückgeblockt. Okay. So, ähm, ich könnte mich natürlich jetzt schon mit dem Dämon anlegen, will ich aber noch nicht. Lass euch nicht verarschen. Hier gibt's einiges. Ah, guck mal, wer da ist. Haben wir da jemanden gefunden? Vorsicht, der macht immer noch Aua. Roter Brocken, ist schön. Super, 4000 Seelen, wunderbar. Was es mit dieser Puppe auf sich hat, weiß ich nicht. Merkwürdige Puppe, ich hatte erst gedacht, die könnte man ablegen, aber geht nicht. ich weiß nicht, was es mit dieser Puppe auf sich hat. So, ähm, kannst du dich noch an den Typen dran erinnern, der uns den Flakon gegeben hat? Dieser eine Ritter, dieser, oh, das, weiß gar nicht genau, wie der heißt. Auf jeden Fall war der Ritter ziemlich nett. Er hat uns auch geholfen. Bin ich hier durchgerusht, ohne das Ding zu öffnen? Ach, kacke. Ähm, der hat uns auf jeden Fall, ähm, super geholfen. Ja, die helle Bader, mit der kannst du natürlich, können die rumreiern. Bei dieser Vertiefung geht's gleich bergab. Glaub mir. Und deswegen einfach entspannt aufpassen. So, du bist hinüber. Ich find die helle Bader geil, weil, wo kommst du denn her? Hier müssen wir erst nochmal komplett aufräumen, bevor wir uns mit dem, bevor wir uns mit jemandem anlegen, mit dem wir uns vielleicht nicht anlegen sollten. War ich hier schon? Nein. Siehst du auch, hier gibt's noch so einen Ritter. Mal gucken, was der uns so zu bieten hat. Na komm, du schlägst auch gleich zu. Wunderbar. Schwarz-Ritter-Großschwert, roter Brocken, okay, von denen haben wir jetzt genug. Gut. Auf jeden Fall ist der Typ echt mies. Deswegen hoffe ich, ähm, kannst du jetzt auch verstehen, hier vor allem mit diesen zwei Schwarzrittern. Da, der ist wieder aufgestanden, ist aber kein Mensch mehr und, ähm, der hat uns hier diesen Flakon gegeben, eigentlich, und hat uns geholfen, hier rauszukommen. Das Problem allerdings ist, ähm, ja, dass der halt jetzt ein echt böser Dude ist. ist einer der stärksten Waffen im Spiel, die ich habe. Und das Schild ist, ist, glaube ich, wirklich das stärkste. So, Wappenschild. also das, was halt die besten Werte hat. Natürlich, Steinschild ist noch ein bisschen besser, aber, ähm, wenn du halt, auch der, ähm, der weiße Klumpen ist die Haltbarkeit der, äh, der Waffe, während das Wappenschild 300 hat, das Schwarzritterschild insgesamt 250. ähm, Stein Großschild ist natürlich viel haltbarer, aber das kannst du vergessen. Dann kannst du nicht blocken und das ist einfach aktuell viel zu schwer. Und es frisst auch eine Menge, nicht nur 38 Stärke, das können wir ja irgendwann erraten, Natürlich auch ein bisschen ordentlich besser. Ist gut, sehr gut gegen Magie. Schlecht gegen Feuer. Gibt eine gute Haltung. Allerdings eine Gewicht, Gewichtswert von 20. Ähm, hier musst du bedenken, hier und im Status rechts ist so, ähm, dass du einen Wert brauchst. Also hier, du hast eine Belastung von 81. Darfst du nicht überschreiten. Das läuft dann, dann kannst du dich noch bewegen. Alles, was drüber geht, bewegst du dich so gut wie gar nicht. Allerdings, um agil zu bleiben, brauchst du, also um sehr schnell zu sein, brauchst du eine Geschwind, äh, brauchst du eine Belastung von einem Viertel. Das ist fast unmöglich. Und du brauchst, äh, und halt um die, ähm, um agil zu sein, so dass du halt auch, ähm, wie heißt's, dass du auch belastbar bleibst, brauchst du ungefähr eine Belastung von 50%. Dann kannst du dich noch einigermaßen bewegen. Und, ähm, ja, mal wenn ich das trage, siehst du, ich bin echt langsam und mach eine ultra langsame Rolle. Und deswegen hier die Belastung von 5, äh, die Belastung von 40%. und, ja, skaliert natürlich mit deinem Dingsbums. So, wenn ich den jetzt, warum kann ich den nicht ablegen? Wieso kann ich Hevels Ring nicht ablegen? Doch, hier. Wenn ich den ablege, hab ich da eine Belastung von 54. Puh, der gibt so viel, der ist so gut. Ähm, ja, das ist halt das Problem. So, warum hab ich das da unten nicht aufgemacht? Na gut, kriegen wir hin. Und so funktioniert das Spiel halt. Auf der einen Seite. Oh, du Ratte. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Wie lange, wie viel, oh, wir haben schon kurz nach 12. Ich will nicht unbedingt. Ich will nicht unbedingt. So lange streamen. So, am Anfang ist hier auch nur ein Gegner, den Schlüssel, den ich geholt hab, der macht nämlich diese Tür hier hinten auf. Das ist ein Witz. Ist wirklich so, also die nächsten paar Gebiete werden wir echt mit dieser helle Bade rumeiern können. Das ist ein Witz. So, wir können das jetzt aufmachen. Schlüssel des Schlüssel- und Hosenasyls West genutzt. Ja. Ich weiß nicht, ob der Status der gespoilert wird. So, verrosteter Eisenring. Den wollte ich haben. Hier zum Beispiel. Verbessert die Balance. Dieser Eisenring hat schon viele Schuldige in Schach gehalten. Er ist sehr verrostet und mit einigen Blutflecken besugelt. Wer gefallen an diesem seltsamen Ring findet, wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsicherem Untergrund, wie in Sümpfen, die Balance des Trägers verbessert. Bedeutet, ja, du weißt ja, im Wasser läuft man langsamer. Das ist hier nicht mehr der Fall. Wenn du im Wasser bist, hast du einfach eine bessere Balance und dann kannst du durch die Giftbrühe rennen, als wenn sie ein feuchter Furz wäre. Ah, da ist noch einer. Und daher ist es eigentlich super. Jetzt, wenn ich schon mal hier bin, will ich auch den Dämon besiegen. Wenn ich schon mal hier bin, will ich den Dämon besiegen. Ist die Frage, kann ich mir ein Phantom beschweren? Ach, brauche ich nicht. Ich bin so gut Equipment. Und an dem Lagerfeuer da hinten habe ich auch gespeichert. Das ist super. So, wo ist der andere Typ? Hier. Da. Der hat nämlich von oben runtergefallen. Da oben sind nämlich zwei. So. Hier. Du musst aufpassen. Hier kommt der fett Arsch. Der one-hitted dich, obwohl du blockst. Hier musst du echt aufpassen. Wenn er dich trifft, war es das. Dem, ah, dem kannst du nicht ausweichen. Okay, okay, okay. Das ist die Scheiße. Das ist, das ist nerviger an dem. So. Wunderbar. Ich glaube, hier ist es am besten. So, Dämon. Immer schön Block hochhalten. Oh, das ist mies. Das kann doch nicht. Och, nee. Ich konnte doch nicht mal meinen... Och, kacke. Mann. Das ist mies an diesem Dicken. Das ist so mies. Probleme macht er mir keine. Das ist nur sehr nervig. Ja. Das jetzt aufsammeln bringt so gut wie nichts. Ja, wenn du da das Schild nicht oben hast, bist du direkt tot. Och, leg mich doch am Arsch. Sack, ey. Da kriegst du doch Krampf im Arsch. Zauberglut. Ja, hmm. Das ist nervig. Wenn er das bämmt, dann ist aber vorbei mit Spaß. Ich habe halt auch nichts, was ich da machen kann. Ich kann halt auch das nicht benutzen. Kann ich auch nicht benutzen. Das ist ärgerlich. Na, komm hier, Dicker. Mir ist eigentlich echt gut, immer hier so hinten an seinem Arsch zu blieben. Und jetzt zurück. Mal trinken. Das ist alles nur... Stellungsschlacht. Ja, wenn er den Angriff spammt, dann ist er herrwerlich. Ach. So, graue Scholle. Was bringt die denn eigentlich? Graue Scholle verstärkt. Standard Waffe plus 15. Super. Jetzt können wir uns eine Waffe plus 15 machen. Verlorenes Gute wiederbekommen. Ist nicht viel. Jo. Super, haben wir den auch schon besiegt. Ist ein optionaler Boss. Den musst du nicht machen für den Fortschritt, aber die 20.000 Tacken, da sagt man nicht Nein zu. Ähm... Jetzt müsste ich eigentlich... Ja, hier kommt man auch nirgends hin. Also hier kommst du dann hier wieder raus. Nachricht lesen. Haha, behalten für den Sprint. Super. Ist mir eigentlich relativ Wumpe. Doch, ich muss hier lang. So, hier haben Bonfire. Ähm... Könnte ich jetzt aufsteigen? Mache ich auch ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen auf Stärke. Ich brauche auf jeden Fall Konstitution und Vitalität. Ich will aber Konstitution erst hochsteigern, dass der grüne Balken so groß ist wie mein... Ähm... Ich brauche gar nicht erst anfangen rum zu spinnen. Ja, das habe ich mir gedacht. So, wir haben alles, was wir brauchen. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, können wir uns wieder einrollen und bringen uns die Rabe wieder zurück. Und dann haben wir hier auch schon alles wieder gemacht. Wunderbar, super. Ich habe das jetzt natürlich geskippt. So, die Frage ist, wie komme ich da jetzt so gut wie möglich runter? Da oder da? Ist eigentlich relativ egal. Viel hat es jetzt nicht gebracht, aber na gut, von mir aus. Jetzt wissen wir nämlich, wo wir langen. Ich weiß jetzt, wo wir langen müssen. Wunderbar. Kann ich irgendwas verstärken? Funkeltitanit habe ich zwei. Schwarzritter Schild wäre natürlich ganz nice, aber... Ah, das braucht vier Stücke und davon habe ich nur zwei. Jetzt mache ich noch eins Stärke, zwei Konstitutionen. Das ist super. Und wenn dann meine Konstitution, also meine Ausdauer so hoch ist wie hier, ja, dann würde ich sagen, mache ich Dingsbums. Hast du mir was zu sagen? Ah, ja, Gesicht, die hat fast eine Hülle. Baba, baba, geh mich auf den Sack. So, den könnten wir natürlich jetzt auch töten, aber der hat uns so oft geholfen. Der bringt die nämlich gleich um. Das ist ärgerlich. Aber das passt schon. Wunderbar. Ich darf natürlich nicht vergessen, den verrasteten Eisenring zu tragen. Und dann zeige ich dir, was ich meine. Wenn ich das überhaupt schon kann. Ich bin mir echt am überlegen, ob ich da schon hin soll. Wir machen zwar sehr, sehr guten Schaden, aber ich würde gerne vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Hier müssen wir auch noch später lang. Später erst. Also von daher macht euch mal ganz ganz entspannt. Hm, das ist außergewöhnlich. Ihr habt auch einen Kopf noch. Und zumindest seid ihr frei. Wie um alles in der Welt. Ich bin Rickard von Winheim. Einst war ich ein angesehener Schmied. Doch schaut mich nur an. Ist das zu fassen? Ja. Was ist denn? Ah, oh nein. Keine Sorge. Ich habe nicht vor, eine Flucht zu ergreifen. Hier bin ich in Sicherheit. Ich könnte es nicht ertragen, draußen zur Hülle zu werden. Allerdings muss ich gestehen, dass ich recht unbeschäftigt bin. Wie wäre es? Ich könnte eure Waffen schmieden, wenn man mich mit vernünftigen Werkzeugen... Ich werde euch zeigen, wie zum... Okay. Waffe verstärken. Ah, hier ist ein Schmied. Super. Könnte ich irgendwas kaufen von dem? Beschleuniger des Zauberers. Ne, ansonsten hat er nichts. Okay, lass mich nicht zu lange warten. Ja, ja, komm. Grüß dich. Sei gegrüßt. Mit diesem Ring. Ich zeige es euch mal. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinkriege, bevor ich jetzt großartig... Ja, die sind hier alle ab bisschen am... durchdrehen. Diese Verrückten. Das bringt nichts. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die mich irgendwann angreifen, aber solange sie mich nicht angreifen, das ist in Ruhe. So, folgendermaßen. Du kannst irgendwann ins Wasser... Ne, das kann ich hier nicht zeigen. Das ist mir zu blöd. Das zeige ich unten. Auf jeden Fall, wenn du im Wasser bist, wirst du halt langsam. Das hast du ja schon gesehen. Wenn ich den verrosteten Ring trage, nicht. Und unten ist ja diese scheiß Giftbrühe. Und deswegen ist es eigentlich ganz... Ja, da hast du ja ziemlich lange Call of Duty gespielt. Beziehungsweise gestreamt. Ähm, jo. Bin jetzt hier unten. Hier unten müssen wir ja durch eine Giftbrühe laufen. Und wenn wir diesen verrosteten Ring anhaben, verlangsamt uns diese Giftbrühe nicht. Das ist schon mal ganz gut. So, können wir hier so einen Backstep machen. Müssten wir eigentlich, dann kriegt uns... Oh, du Ratte. Alter. So. Uh, jetzt ist aber hier Schicht im Schacht. Es war so klar. Ich... Wollte es probieren. Ich wollte es probieren. Ja, die ersten gingen relativ schnell. Aber in der letzten Zeit... Ähm... Doch, doch. Aber ich wollte es halt irgendwie... Den Dicken wollte ich... Äh, wollte ich besiegen, bevor ich hier rum... Ah, ja. Ich wollte den Dicken halt klatschen. Bevor ich mich heile. Deswegen... Ich war einfach zu greedy. Ich wollte zu viel. So. Wie gesagt... Der da... Bringt die da um. Die kann nicht sprechen, weil sie irgendwas in Frage gestellt hat. Hier wurde die Zunge rausgeschnitten. Später findet man ihre Seele. Und dann kann man sie wiederbeleben. Ohne, dass der sauer wird. Von daher alles gut. Und solange der lebt, können wir dem als Phantom zu Hilfe beschwören. Vielleicht können wir das bei der Hexe auch machen. Wenn ich es schaffe, das Bonfire zu entfachen, dann werde ich einfach wieder zum Menschen. Dann kann ich mir von Tomo zur Hilfe holen. Und dann ist der Käse nämlich auch viel einfacher. Hoffe ich zumindest. Ich habe den Flakor nur auf plus eins. Ich würde ihn gerne auf zwei machen. Warte mal. 56. Ne, das brauche ich. Ich brauche den Havels Ring einfach noch, bis meine Traglast ein bisschen besser ist. Ich würde nämlich mal gucken, dass ich den Havels Ring irgendwann ablege. Aber der ist einfach so gut. Der gibt dir 30 Traglast oder 20. Sogar 30. Und das ist einfach super. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Indigator dafür ist, wie viel, ähm... wie viel Traglast ein Punkt auf Konstitution gibt. Äh, auf Kondition. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. So, Specki. Wirklich ein Pommes-Panzer. Haha, nicht Pommes-General. Sondern Pommes-Panzer. Backstab, Backstab, Backstab. So. So. Okay. Ich bleibe aber trotzdem bei meinem Schild. Das ist eine richtige Dickwänste. Wunderbar. So, äh, wie schön ist es auch wahr, Sascha? Aber ich gehe nun mal ins Bettchen. Alles klar. Ich... Ich... Ich habe einen schönen Abend. Viel Spaß bei Darkshaus. Wir sehen uns später. Alles klar. Wir sehen uns. Mal gucken, wie lange ich noch streame. Achso, ja. Ich habe es vergessen. Bin hier eben gestorben. Muss mir den Dead-Counter ja reinrichten. So, hier habe ich mich so extrem verkackt. Hier bin ich so extrem oft gestorben. Wie sich dann gemerkt habe... Ja. Nö. Brauchst du nicht. So, Neulonde Ruinen-Schlüssel. Aha. Das bedeutet... Wenn du nicht weißt, wo du lang musst... Fackel bedeutet gleich... Leiter. Da hinten ist so ein großes Ding. Das würde ich gerne mitnehmen. Will ich das mit dem Pfeil machen? Ja, will ich. Ich will da nicht so nah ran. Ich weiß nicht, wie viele Seelen das gibt. Aber es ist mir eigentlich auch relativ Wumpe. Solange ich das Pfeil nicht bewegt. Klingt jetzt doof und feige, aber das ist mir scheißegal. Ich muss einfach hier mitnehmen, was geht. So, und wenn wir hier unten den Endboss besiegt haben, sind wir so weit wie wir gestern gewesen sind. Im normalen... Oder vorgestern. Äh, beim letzten Mal, meine ich. Beim normalen Dingsbums. Und dann... Ähm... Ich gehe auch gleich ins Bett, aber... Ich mache hier im Fernsehen im Schlafzimmer nochmal an. Alles klar. Wow. Hier muss man echt... Diese Scheißfliegen. Diese Kackfliegen. Wir müssen runter. Ich will trotzdem alles so gut ich kann... ...aufsammeln. Ich kümmere mich erstmal um den Flattermann, der hier herumflattert. Jetzt ist er da oben, da kann ich nichts machen. Na gut. So, die Witch will ich gerne noch mitnehmen. Muss ich mal aufpassen, machen wir hier nämlich Feuer- und Giftschaden. So. Gut natürlich... So, weg damit. Ich brauche Platz. Hier muss man aufpassen. Und dann vergiftet sofort. Dafür gibt er auch ordentlich Zeug. Also bei den Dunklen hier musst du echt aufpassen. Lohnt sich aber. Wir haben jetzt natürlich auch die Jauche-Dinger. Das Interessante an diesen... ...an diesen Vögeln ist... ...habe ich beim letzten Mal gelernt. Ja, das ist das Problem. Ja, wo treffen die mich denn? Die spucken die Dinger unendlich. Ähm, da bringt auch das normale Moos nix. Dann müssen wir das nehmen. Okay. 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 Alter Schwede. Die sind mies. Die sind so mies. Die sind so richtig asozial. Die sind so richtig asozial. So, jetzt aber. Super. Wunderbar. Wunderbar. Ich finde die so eklig. So, okay. Das habe ich schon immer. Gibt es hier noch einen? Nein, da gibt es keinen mehr. Nein! Das wollte ich eigentlich vermeiden. Na gut, macht aber nichts. Hier habe ich nämlich noch eine Feuergüterseele. Boah, war das knapp. So, gibt es hier noch irgendwo Hundis? Da gibt es noch zwei. Boah, Feuer! Ist das mies. Ist das scheiße. So, Feuerhüterseele. Wunderbar. Jetzt muss ich da hoch. Ich muss den Typen da noch abklappern. Wo macht ihr mir so viel Damage? Jetzt ein Feuer. Ja, komm, ist klar. Leck mich auf den Arsch. Und ich bin ja hier unten, weil ich einfach... Könnte ich eigentlich den Flack... Ja, schmutziger, kaputte, schmutziger Augapfel. Tot. Feuerhüter drin ist gestorben und der Typ hat sie platt gemacht. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. So. Was sagt der dazu? Oder schmeichelt ein Kleriker, lasst euch beschweren. Ich könnte das bewreuen, ja. Keine Feuerhüterin. Leuchtfeuer kann nicht entzündet werden. Ja, blöd gelaufen. Keine Angst, die können wir später irgendwann wieder... wiederbeleben. Ist der Kleriker da eigentlich noch da? Wo seid ihr bloß hin? Oh nein, weh mir. Ich bin unnötig. Okay, ja, ja, komm, hol nicht rum, du Lappen. So. Ja, blöd gelaufen. Feuerhüterin ist im Arsch. Das bedeutet Kacke. Kann ich die nicht wiederbeleben? Nee, da brauch ich eine spezielle Feuerhüterseele dafür, okay. Das bedeutet, ich muss den Flakot plus eins behalten. Aber zum Glück sind diese ganzen Giftleute nicht mehr wirklich da. Könnte natürlich... Wie viel von den Dingern hab ich denn? Mit Blume? Drei hab ich. Ich würde mir gerne von denen noch ein paar Farmen... Ähm, nicht farmen, sondern kaufen. Ich hab hier unten ein paar Seelen gefunden. Ähm, Seele-Krieger, große Seele. Hier haben wir drei Seelen. Die behalte ich mal. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich brauche. Ich weiß auf jeden Fall, ähm, durch einen anderen Run, dass die nur 1400 Seelen gibt. Und die hast du in zwei Gegnern wieder drin. Deswegen behalte ich die einfach mal. Vielleicht kann ich die irgendwen geben oder schenken oder was weiß ich. Ähm, ich weiß, wo noch ein Händler ist, der mir auch diese Moosplatten verkauft. Na, komm her. Ja, gegen die hast du nichts mehr auszurichten, du Lappen. Ich wusste's. So. Pfeil ins Knie. Ist die beste Effektivität. Ähm, da hinten gibt's einen Ring. Ring der Opferung heißt der. Allerdings, sag ich ganz ehrlich, den brauchst du nicht, weil den haben wir ja schon. Ring der Opferung ist, wenn wir einmal sterben, verlieren wir nichts. Boah. Das meine ich. Hier kannst du nämlich ganz schnell runterfallen. Und dann siehst du alt aus. Wenn ich nämlich nochmal sterbe, dann finde ich meine Sachen nicht mehr. Und so kannst du halt immer noch von so einem Gammelgegner immer noch sterben. Obwohl du dir denkst, pff, was soll denn das für ein Shit? So, da hinten. Diese grünen, diese lilanen Dinger mit Moos. Oder mit Blume, ist egal. Lila Moosklump mit Blume, glaube ich. Der ist hier gegen Gift. Super. Super. Oh, ganz schön, ähm, Stich gelassen. Ich hatte schon befürchtet, ihr hättet mich vergessen, ne? Meine, 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 frisch gepflückt, nur für euch. Okay. Ging schon kaufen. Das hier hätte ich gern. Oh, 1000 Seelen. Was seid ihr bloß für ein Dangweiler? Lass mich doch erstmal ein paar Sehensammel, du Arschkeks. Invasion. Invasion der Welt des Feuerhüterinnen-Mörders. Mache ich später. So, warte mal. Benutzen. Alter, der will 1000 für die Dinger haben. Kein Wunder, dass die so selten sind. Die sind aber auch gut. So, zwei kann ich mir schon kaufen. Was gibt der hier? So, Gegenstand kaufen. So, dann hole ich mir noch ein paar Kose-Pfeile. Dann bin ich eigentlich... Naja, sehr gerne. Pipapo, geh mich auf den Sack. So, dann bin ich eigentlich gut gerüstet. Sieben Stück hab ich davon, das ist super. Ein paar von diesen Verrückten sollten mir noch begegnen. Ich bin grad am überlegen, ob ich das vielleicht offscreen mache. Weil, wie gesagt, im Stream, in dem vorletzten Stream oder im letzten Stream hab ich das ja auch schon mal gezeigt. Das bedeutet, es ist für die Leute, die mich regelmäßig verfolgen, jetzt kein großes... kein großer Verlust, weil das Videomaterial wurde schon gezeigt. Und da ist dann halt die Frage, ich krieg um... 1.30 Uhr sowieso ein Tagescup, weil sich doch meine IP ändert. Kann man natürlich ausschalten. Aber will ich eigentlich... nicht machen. Falsch gelaufen. Ähm... Von daher... würde ich sagen, ähm... Wenn der Cup ist... und nur der Mr. General zuguckt... Pommes General! Bei diesen letzten... Hier versorgt man sie... mit Pommes. Oh, mir ist gestern kurz vorm Einschlafen so ein richtig cooler Spruch für dich eingefallen. Streams vom Pommes General! Hier gehst du nicht hungrig raus. Nee, oder für die Hungrigen. Unterhaltungshungrigen. Der General für die Unterhaltungshungrigen. Hier bleibt kein Magen leer. Irgendwie... Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist so ein Spruch, den hast du drauf und der fühlt sich gut an. Dann wiederholst du den zwei, dreimal und dann merkst du... Shit. In der Stunde kannst du es nicht mehr so, wie du es gerne hättest. So, jetzt muss ich wieder zurück. Die Dicken wieder besiegen. Aber diesmal mache ich das ein bisschen vorsichtiger. Kann ich die Leuchtfeuer generell alle keine jetzt mehr entfachen? Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Wenn ich jetzt an keinem Leuchtfeuer mehr rasten könnte. Ganz langsam. Das war ein Backstrap, so will ich ein Hamm. Riesenkeule. Jaureküchlein. Super. Das Besondere an den Jaureküchlein ist, wenn du Gegner hast, die dich vergiften, dann kannst du dich damit selbst vergiften. Und dann nimmst du weniger Schaden. Und zum Bleistift. Warum kriege ich denn von denen? Na gut, bei den Dicken ist das klar. Jetzt muss ich hier... Dieses random Monster da oben ist tot. Das bedeutet, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das Ding ist hinüber. Das Ding ist hinüber. Das Ding ist hinüber. So, komm, Digga, hau ab. Wunderbar. Super. Die Dude, das habe ich hier oft. Die Viecher treffen mich, aber ich sie nicht. Das ist so eklig. Wo will ich da runter? Hier noch nicht, aber hier. Genau, die sind jetzt weg. Das ist super. Da unten die natürlich nicht, aber... Ach, das ist doch... Warum trifft der mich da? Oh, Doppelblut, Doppelvergiftung ist doch mies. Jetzt habe ich meine ganze Scheiße verloren. Fick doch die Hölle, ey. Drecksviecher, da unten ist alles voller Gift. Und hast du nicht gesehen, da kriegst du auch Plack im Arsch, ey. Gift hier, Gift da, die Fliegen kommen aus dem Nichts. Es war alles aufgeräumt und dann so ein Mist, ey. Kackt mir doch einen Cent. Kannst du nicht mal einen von diesen Gifttypen besiegen? Das wäre ja wenigstens ein leichter Fortschritt. Oh, verdammte Tricksbalge. Oh, verdammte Tricksbalge. Habe ich eben gesagt, dass ich mich mal ein bisschen anstrengen wollte. Das war irgendwie so ein richtig lappenhafter Move. So, der große Drache da ist weg. Alles voller Gift und auch... Ich bin froh, wenn der Scheiß hinter mir ist. Das ist nämlich voll eklig. Ach, was ist es so, wenn ich mich nicht... Ich bin froh, wenn der Scheiß hinter mir ist. Das ist so, wenn ich mich nicht... Ich bin froh, wenn ich mich nicht... Ich bin froh, wenn ich mich nicht... Ich bin froh. Warte mal, kann ich vielleicht... Ich will mal was probieren. Ich will mal was probieren. Also, wenn ich mich selbst vergifte, kriege ich, glaube ich, weniger Schaden. Ups, da war ja noch jemand. Alles klar. Jetzt aber... Vorsicht walten lassen. Die verstecken sich unterm Boden. Nun findest du die nicht, weil du einfach nicht weißt, was abgeht. Das ist ärgerlich an diesen Rotzviechern. Ich will eigentlich nur so schnell wie möglich raus. Hallo, wie wär's mal? Gibt es hier noch irgendwelche Fliegen, bevor ich mich da wieder ins Abenteuer stürze? Nein? Super. Warte mal. Brandpfeile! Ich will die Brandpfeile. Hach, schluck, da hast du Penner. Irgendwann hat sich das gelohnt. Kriegerseeler. Naja, hat sich nett. Hauptsache, naja, ist egal. Hauptsache, der Typ ist tot. Ja, ist ganz lustig, weil die kommen nämlich nur einmal. Hier kann man natürlich auch alles angucken. Und man kann auch von der anderen Seite kommen. Aber ich will eigentlich nur einmalig, so gut ich kann, hier vorbei. Und der Käse hat mich für mich gegessen. Da will ich nämlich gar nicht mehr großartig mich dran wagen. So, warte mal. Kann ich da nicht irgendwie anders da runter? Kann man nämlich auch ganz schnell verkacken. Jetzt nicht runter. Weiß nicht, ob man hier eine Stufe runter kann. Wäre schön, wenn ich mir das mal angucken könnte. Da kann ich runter. Okay. Was muss ich hier machen? Ein cooler Aufzug. Hier kann ich wieder hoch. Das interessiert mich aber nicht. Genau. Hier ist das Problem. Hier wirst du nämlich ganz schnell vergiftet. Und hier ist eigentlich ganz gut, diesen Ring zu besitzen. Jetzt brauchen wir nur das lila Moos. Dann können wir die Vergiftung nämlich heilen. Hallo. Dann kriegen wir kaum Damage. Super. Das sieht nämlich alles wesentlich besser aus. Können natürlich hier auch überlangen, aber... Och, Mann. Die kommen immer wieder. Warum zielt der nicht schneller? Die triffst du halt auch nicht mit dem Schwert. Das ist saunervig. Das ist ärgerlich. Das ist eklig. Du bist ein Untoter. Da gab es Probleme. Welt ist am Abgrund. Manche Leute werden verrückt, weil sie als untote Hüllen rumlaufen. Da gibt es auch ein paar normale Leute. Und du bist halt irgendwie ein auserwählter Untoter, der angeblich den Thron, soweit ich weiß, besteigen soll. Mehr Infos gibt es da nicht. Du musst eigentlich die Itembeschreibung lesen, wenn dich das interessiert. Aber ich glaube, da findet man auf der Wikipedia-Seite geschichtlich echt eine viel bessere Story, als ich das selbst weiß. Ich wollte mir die Story später erst geben, wenn ich das Spiel gespielt habe. Du bist halt irgendwie ein Auserwählter und musst halt irgendwie die ganzen Bosse besiegen und allem drum und dran. Und, ja. So, Welt, Kurzwort, Apokalypse, alles in seinem Absparsten und die Könige haben auch verkackt. So Sachen halt. Und du musst da versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen, angeblich. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die sich da großartig Gedanken gemacht haben bei der Story. Von daher... Ich muss auf jeden Fall unten das Lagerfeuer nochmal entfachen, wenn ich das kann. Und dann will ich gleich mal meine Sachen nochmal. Oh... 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 Dann kriegen die mir auch nichts. Hier gibt's Fliegen, ich weiß es. Ich weiß, dass es euch gibt. Ich will hier nicht runterspringen ohne euch. Zu klatschen. Kannst du dich auch mal anwählen? Danke. Super. Super. Stimmt, mit dem bin ich ja bunt eingegangen. Seid gegrüßt, merkwürdig. Aneinander fern vom Plan und fern des Waldes zu begegnen. Ich liebe es, diese Dinge zu sammeln. Doch ich kann doch nicht alles behalten. Seid ein Freund? Alles klar, ich kann jetzt irgendwelche Sachen bei dem kaufen. Verlangsamt, Abnutzung von Waffen. So, ist jetzt die Frage. Hier gibt es nämlich noch ein Leuchtfeuer, das ich aktivieren möchte. Die Frage ist, wo ist das? Ist das dort? Nein. Hier geht's zum Boss. Den werde ich auch benutzen. Ja, Sekunden, was hat denn der Code-Nasher geschrieben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. genau so das leuchtfeuer ausrüstung reparieren warum nicht wunderbar das ist schon mal super ich will was probieren gleich ich glaube hier kommt man in die katakomben genau hier unten eine schatzkammer ich weiß dass es keine falle ist das habe ich mich gestern schon drachenstein super gibt die quest wo man mit dem drachenstein könnte ich zwar mein drach meine drachenwaffen verbessern aber alles klar ich werde weißt du was frank geht dann machen wir es so na nee ich mache den gegner noch ich bin hier ja fertig so habe ich jetzt noch menschlichkeit benutzen juni aus höhlung umkehren ja jetzt habe ich die menschliche gestalt ich das einfache kann ich mein flakon ich habe keine menschlichkeit warte mal das macht nee brauche ich nicht obwohl doch sicher ist sicher ich mache den gegner ich weiß nicht ob ich den gegner beim ersten mal schaffe so das feuer habe ich jetzt entfacht das ist super bedeutet nämlich so Oh, ist doch nervig. Ich gehe einfach mal da hin. Ich weiß nicht, was mit dem Finstergeist los ist. Menschlichkeit erhalten. Super. Schlachtermesser, wunderbar. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich weiß nur, wenn du hier unten unterwegs bist, dann ist aber echt... Kommen die Fliegen alle nacheinander auf dich zu gerannt. Dann mache ich lieber den Autofokus. Das ist mir persönlich lieber. So, das Lagerfeuer habe ich entfacht. Das passt mir eigentlich ganz gut. Jetzt warte ich, bis die Fliege da ist. Warte mal, ich könnte eigentlich da lang gehen. Das ist halt schön. Durch diesen Ring bist du hier einfach viel schneller unterwegs. Ja, hier gibt es eigentlich nur Seelen. Habe ich gestern schon ein bisschen mitbekommen. Von daher... Ich habe gestern... Ähm, nicht gestern, sondern beim letzten Mal hier schon alles ausgiebig... ...erkundet. Da ist ein Dicker. Da muss der echt aufpassen bei dem. Er weiß nicht, wie der blocken kann. Oh, ich habe Küchlein. Ach, Stefan, meine Güte, geh mir schon wieder auf den Sack. Alles klar. So. Oh, Flakoplus 11. Geil. Manchmal klappt das einfach super. So, schaffe ich das, die irgendwie einzeln zu triggern? Ja. Der ist getriggert. Super. Ich werde die nicht alleine machen. Wie gesagt, ich mache es dem Gegner noch. Wow! Alter! Du Rotzklumpen. Du Rotzklumpen. Hm? Fick dich, Spiel. Fick dich ins Knie. Oh, zum Glück habe ich das Bonfire da unten wirklich entfacht. Das wäre ja das Schlimme nicht. Könnte natürlich auch einfach durchrennen. Kann mir die giftige Brühe nichts anhaben. Da müsste ich eigentlich hin. Das sind nämlich meine Seelen. Ja, natürlich. Blockt einfach mal die Hellebarde. Klar. Klar. Ja. 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 Na komm her, Digger. Hallo. Bitte nicht. Oh, Controller ist ausgegangen. Das ist das Nervige. So, wo ist ne Dicke jetzt hin? Oh Mann, das ist doch scheiße. So, ah. Oh Mann. 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 mein Zeug wieder. Und dann renne ich einfach weg. Einfach weg. Einfach durch rennen. Einfach weg. Tschüss. So, keine Angst. Das ist nur ein Kult. Die machen nix. Bei denen kann man sich auch später rumeiern, aber von mir aus. Was haben wir hier? Rufsymbol. Wilde Mildritt. Aha. Ähm. Die wilde Mildritt. Aha, aha, aha. Hallo. Hallo Süße. Na? Die ist hässlich. So, Gegner. Mit Phantom. Geil. Ich glaube, das wird was. First Try. Stimmt, ich bin ja mindestens dreimal gestorben. Habe ich total vergessen. So, die wilde Hild Mildritt. Aha. 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 Musst du echt aufpassen bei der. Hat er mich gewone-hitted? Er macht viel Feuerschaden. Na gut. Dann machen wir es anders. Einfach laufen. Einfach weg. Einfach durch. Spätsch. 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 Und dann kommen wir es nach oben. Und dann kommen wir es. Sag mal was. Spätsch. 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 so, die macht massiv Feuerschaden das bedeutet stark aufpassen für mich bin ich menschlich? ja gut die wilde Miltret bräuchte ich dafür ist okay blablabla bin ich auf den Piss Warum hat die eigentlich so einen Sack auf? Alter, guck dir an, was die trägt. Geil. Muss er aufpassen. Oh, scheiße. Ach, Mann. Das war so knapp. Jetzt muss ich mal morgen wieder rasieren. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. So, blauer Tränenring, Wolfsring. Super, das passt. Ich habe nochmal ein Schlückchen hier draus. Ach, ärgert mich. Das ärgert mich, das ärgert mich, das ärgert mich. Na gut, kriege ich aber hin. Dü, 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 dü. Die wilde Mildritt ist eigentlich super. Ja. So, ok. Ja. Genau. Ja. 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 Ah, wilde Mildred, geil. Du bist der Hammer. Du bist der Hammer. Doppelmenschlichkeit, super. Oh, super. Oh, geil. Schön. Schön, schön, schön. Oh, super. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig. Hier ist auch die zweite Glocke. Okay. 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 So, Heimkehrknochen habe ich bekommen. Den könnte ich natürlich jetzt benutzen, aber es geht hier unten. Ich will aber nochmal zurück. Ich weiß nicht, was hier so abgeht. Von daher... Ich glaube aber, diese Spinnenkulte haben jetzt ein bisschen was zu sagen, meine ich. Alter, 33.000. Da kann ich aber ordentlich was reinstecken. Nee. Na gut, dann lasse ich die mal vor sich hinpimmeln. Ich bin eigentlich ganz froh damit, dass mich hier nicht so viel angreift. Ich würde gerne ans nächste Lagerfeuer, weil ich 33.000 Seelen habe. So, und nun hat sich ein Tor geöffnet. Kann man da überhaupt hin? Theoretisch ja. Will ich da hin? Das ist die nächste Frage. Wo sind wir hier? Also, wenn ich da hinSean sprechen kann. Wann jetzt geht's? Ja! Wann jungen Komm crack? So, jetzt kann ich eigentlich. Die greifen mich nicht an. Noch nicht. Ähm, sieht schon sehr geil aus hier. Okay. 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 Ah, der greift mich an. Du Ratte. Oh, was geht denn hier ab? Oh, sind die kleinen mies. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Diese Drecksratten. Diese Drecksratten. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh. 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 Oh.